Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 335. Mein Name ist René Außerdem, heute mit dabei der Herr Marvin. Hi, am Abend, an dem Theresa May die Brexit-Auszählung verliert, sind wir auch mit dem Eintracht Podcast live, was keinen Bezug zueinander hat. Ich wollte gerade sagen, willst du da jetzt irgendwelche komischen Brücken bauen, die da nicht hingehören? Ja, stimmt. Und der Herr Basti. Gude und Grüße, auch in 2019. Das musste ich doch gerade eben ernsthaft überlegen, wie du heißt. Da war ich mir kurz fast beim Namen verschluckt. Ich bin so ein bisschen aus der Übung, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war jetzt eine lange Zeit, in denen ihr nichts von uns gehört habt. Wir können aber an der Stelle nochmal unsere Jahresendabrechnung empfehlen. Da hatten wir gerade eben im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Ist so ein zeitloses Stück, könnt ihr locker bis Ostern noch hören. Wir wollen aber jetzt nochmal so ein bisschen über die Eintracht konkreter wieder mal reden. Wir haben so ein bisschen was auf dem Programm mit Vorbereitung, Transfers und Ausblick. Und ihr habt uns auch wieder ein paar Dummschwärzer geschickt. Das heißt, es gibt wieder so ein bisschen Programm heute. Und lass uns doch mal vielleicht mit der Vorbereitung anfangen. Die ist ja am Sonntag zu Ende gegangen. Die Eintracht ist jetzt wieder zurück aus dem Trainingslager. War ja wieder im Sunshine State Florida unterwegs. Und man hört ja eigentlich nur Positives. Ja, bis auf das Testspielergebnis. Aber wir wissen alle, was wir von Testspielen zu halten haben, relativ wenig am Ende des Tages. Du meinst, das Finale im Florida Cup, was 1-0 verloren ging. Ja, genau. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so tragisch. Ach, es ist alles relativ egal. Ich glaube wirklich, das, was man so hört. Ja, Leute, wir haben ja schon immer über Testspiele geredet. Und wir wissen alle nicht genau, wie die Situation ist. Die Trainingsbedingungen waren, glaube ich, optimal. Das sah ganz nett aus. Jeder konnte mittrainieren. Es gab keine Schwerverletzungen. Das ist auch wichtig. Auch viel wert. Und selbst der neue Zugang, Sebastian Rohde, hat viel mittrainiert. Also dahingehend auf einem positiven Niveau. Ja, denke ich auch. Also das ist, wir sind es gar nicht gewohnt von Eintracht. Man hat nichts Schlimmes gehört. Also du hast es im Gegenteil. Pacenzi ist wieder auf dem Platz gewesen. Rohde scheint fitter zu sein, als man vielleicht mancher das befürchtet hat. Wie gesagt, Testspiele ignoriere ich, was sowas betrifft, auch völlig, weil wir gar nicht wissen, zu welchem Zeitpunkt der Trainingssteuerung das dann stattgefunden hat. Also es ist völlig egal. Wichtig ist wirklich, dass keine Verletzten dazu kamen. Die Eintracht hat sich auch irgendwie, ja, man muss es auch mal nennen, weil wir es in der Vergangenheit auch immer kritisiert hatten. Ich fand es auch Social Media mäßig einigermaßen interessant präsentiert. Das ist jetzt nichts, wo ich den ganzen Tag vor der Insta-Story hänge oder so. Aber trotzdem muss ich sagen, das kam so gut rüber. Und die Eintracht hat zumindest, wir wissen nicht, ob es so ist, gehe ich jetzt aber einfach mal davon aus, zumindest transportiert, dass der Spirit in der Mannschaft echt gut ist. Ja, nicht nur in der Mannschaft, sondern auch mit den Fans. Ich glaube, war das nicht sogar irgendwie so ein bisschen im letzten Jahr, dass das so ein bisschen bemängelt worden ist, dass da halt wenig getan worden wäre für die Fans vor Ort. Und ich meine, mit denen haben sie ja jetzt sogar irgendwie diesen einen Grillabend da gehabt, mit den Spielern da im Mannschaftshotel und so weiter. Also man hat, glaube ich, schon sich sehr bemüht, da nicht nur Aufmerksamkeit zu machen, sondern halt auch wirklich mit den Fans entweder vor Ort oder halt eben nicht vor Ort zu interagieren. Und da muss man schon sagen, da ist die Eintracht so in dem ganzen Konstrukt, könnte man fast sagen, erwachsen geworden. Vielleicht sind wir damit auch ein bisschen langweilig geworden. Ich weiß es nicht. Nö, ich finde es genau richtig, was du sagst. Ich finde es auch schön, dass der Baste das angesprochen hat, der Social-Media-Begleitung. Das ist natürlich vielleicht jetzt nicht für, keine Ahnung, kommt darauf an, kann man mögen, muss man nicht mögen, finde ich. Also ich finde es klasse, weil du sprichst natürlich auch andere Zielgruppen damit an und du arbeitest ein paar mit ein bisschen mit Emojis. Du machst halt, du bindest das an, was im Tagesgeschehen so passiert, was ja de facto nicht viel ist. Also du hast ja jetzt nicht eine Hülle an, Hülle und Fülle an Informationen, die da jetzt, jetzt sagen wir mal den Hashtag Skybreaking bekommen oder so, ja. Es ist ja doch alles eher... Ich weiß auch nicht, ob dieser Hashtag erstrebenswert ist, nur mal so am Rande. Die trainieren halt, die machen halt irgendwas und das ist gut, aber wie dieses begleitet wird, dass du auch als Fan, der nicht dabei ist, einen Einblick bekommst und auch eine relativ sympathische Gestaltung. Das fand ich super und immer mal, wenn ich mal wieder reingeguckt habe bei Instagram oder bei Twitter, dann habe ich mich auch gut aufgehoben gefühlt und dann war das das. Und dann, was auch, glaube ich, ganz in Ordnung war, war der Zugang der Journalisten zu diesen Tagen. Also ich glaube, da waren ja dann auch einige Daten vor Ort und dann hatten wir auch so ein paar Stücke dann mitbekommen. Auch, ja, einige haben Videos gemacht, andere haben irgendwie Beiträge geschrieben, was man sich dann aus den Fingern saugen kann von so einem Trainingslager. Aber das war im Grunde solide und ich habe jetzt nicht alles so genau verfolgt, weil für mich ist der Trainingsbericht jetzt nicht so ganz so spannend. Aber wer es machen wollte, der wurde informiert. Und ich glaube, das Wetter war gut, die Leute waren gut drauf und wo vielleicht wurden, wie du gesagt hast, auch noch ein paar Fankontakte ordentlich geknüpft. Schadet ja nichts. Ja, ich fand, ja, das wirkt wie eine runde Sache. Zu den Befürchtungen, die das mit sich bringt bei mir, können wir ja später noch kommen. Aber ich glaube, wo nichts ist, brauchen wir auch jetzt auch nichts suchen. Das war wirklich, das wirkte wie eine runde Sache. Die Bedingungen schienen optimal zu sein. Also man hat nichts Schlimmes gehört. Und ja, das ist auch echt mal angenehm hier. Also in unserer Runde über sowas zu reden, ohne dass wir auch nur irgendwie einen Punkt hätten, der uns irgendwie krass stört oder so. Also es ist ja auch nicht selbstverständlich. Also genießen wir es. Ja, ja, das stimmt. Schwerpunkt lag wahrscheinlich, oder was halt nicht, aber wahrscheinlich Schwerpunkt lag primär auf irgendwie so ein bisschen Taktik, Spielzüge und natürlich auch Erholung, weil die Hinrunde natürlich auch, ich sag zu oft natürlich, sehr stark in die Knochen ging. Großartige Konditionen kannst du jetzt im Winter sowieso nicht bringen. Also das machte eigentlich auch so einen ganz runden Eindruck. Bin ja gespannt zu sehen, was sich taktisch da dann vielleicht auch noch so an der einen oder anderen Stelle verändert. Da bin ich auch gespannt. Das war das Einzige, was ich auch auf meinem Fragezeichen-Zettel hatte, zu sagen, okay, wie kommen die in die Rückrunde rein? Gibt es dann wieder den Versuch, den wir am Anfang der Saison schon gesehen haben, 4-4-2? Oder sagt der, okay, bis zum Sommer machen wir auf jeden Fall, bleiben wir jetzt bei unserem System? Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich das auf dem Platz zeigen wird und ja, was du angesprochen hast mit der Kondition. Ich glaube, wofür das wichtig war und deswegen war es meiner Meinung nach vielleicht sogar wichtig, dass es in der Sonne war, ist einfach die Akkus aufzuladen. Ich glaube, das war das Allerwichtigste an diesem ganzen Trainingslager. Du kannst ja auch positive, also Sonne sorgt ja auch dafür, dass du auch ganz anders auftrittst. Das sind ja so Small Facts, aber es ist ja im Endeffekt so, wenn du viel Sonne hast, bist du automatisch besser drauf, kannst ankämpfen. Was ich halt schön finde und worauf ich mich so ein bisschen freue, ist so die Tatsache, dass Patienzier wieder dabei ist. Ich hoffe, dass der jetzt auch mal fit bleibt. Ich kann den Typen überhaupt nicht einschätzen. Der sieht für mich groß und stämmig aus. Der sieht aus, als könnte er so ein bisschen was auf dem Platz reißen. Und er soll schnell sein. Ja, da muss ich mich überraschen lassen. Ganz ehrlich, ich habe mir natürlich die Trainingsvideos da jetzt nicht angeguckt. Ich habe wirklich wahrlich Spannenderes zu tun mit meiner Zeit, als mir Trainingsplatzberichte. Also da gibt es halt auch nichts Spannendes. Das kann ich alles in drei Zeilen lesen, dann weiß ich, was da passiert. Deswegen kann ich den jetzt nicht einschätzen. Aber dass er fit ist und dass er eine Alternative ist, finde ich schon mal gut. Und dass er auch ganz klar gesagt hat, dass er auch seine Möglichkeiten nutzen will und da, glaube ich, auch gut motiviert ist. Also das könnte halt auch noch mal so ein bisschen für das ein oder andere sorgen. Ich könnte mir wirklich, wie Basti auch schon gesagt hat, vorstellen, dass Hütter da noch mal so ein bisschen mehr am System gefeilt hat. Was ich vermute mal, ihn so einzuschätzen, dass er nicht die Karten gleich im ersten Spiel komplett auf den Tisch legen wird. Aber da kommen wir ja gleich noch irgendwie so ein bisschen mit dazu. Und was der Joe gerade eben noch im Chat anspricht, bislang war es bei Hütter-Mannschaften immer so, dass die Mannschaften in der Rückrunde noch stärker waren in der Hinrunde, was ihm wie er so schön emotional Angst bereitet. Und ich glaube, Basti, dir als emotional angstgefährdeter Mensch könnte es da ähnlich gehen. Ja, das ist genau das, was ich vorhin angeteaselt habe zu den negativen Dingen, die mich umtreiben. Ist genau dieser Punkt. Ja, lustig, dass er Joe das anspricht. Bei mir ist das alles schon wieder zu gut alles. Das klingt alles zu gut. Und diese, es spricht gar nichts dafür, dass diese Rückrunde, die hier in Frankfurt echt nicht gern gesehen ist, muss man ja sagen. Also ich weiß gar nicht, wann die letzte geile Rückrunde hier war. Das ist schon ein bisschen her. Müsste man mal in den Archiven nachgucken. Auf jeden Fall habe ich diese Angst trotzdem. Also mir, diese latente Angst, die ich in mir spüre, dass die Rückrunde komplett in den Arsch geht, die wird mir zu wenig behandelt. Also nicht zu wenig behandelt im Sinne von, dass ich jetzt will, dass die Leute Panik schieben. Nee, sondern, dass man sagt, ey, locker bleiben. Locker bleiben. Wir müssen erst mal das bestätigen, was wir in der Hinrunde gezeigt haben. Es wird nicht einfacher. Wir haben für Da Costa immer noch keinen Ersatz. Was ist, wenn er sich verletzt? Ihr habt es angesprochen. Was ist, was ist, wenn Abraham schon wieder ausfällt? Blablabla. Das kann trotzdem noch in die Hose gehen. Und dann will ich nicht, ich will eine positive Stimmung, weil das habe ich bei Bruchhagen immer kritisiert, dass er zu tief gestapelt hat. Diese positive Stimmung, das will ich. Ich will so ein Trainingslager haben. Ich will so einen Eindruck haben. Ich will, dass die Spieler so reden. Ich will aber nicht, ich will nicht, dass Haller sich hinstellt und sagt, ja, Eintracht Frankfurt ist eine Mannschaft, die muss eigentlich in der Champions League spielen. Jogi Löw äußert sich. Ich wollte gerade sagen, braucht er nicht. Das hat Jogi Löw heute bei FFH gemacht. Das verlangt doch von uns gar keiner. Ich will es gar nicht. Ich habe mich letztens mit Stefan Reich getroffen und dann haben wir beide auch darüber gesprochen, haben gesagt, ja, stell dir mal vor. Ganz ehrlich, da fange ich schon schwer an zu atmen, dann will ich nicht, dass mir ein Spieler das auch noch sagt. Ich muss selber aufpassen, dass ich da nicht zu viele Gedanken dran verschwende, weil ich dann keine Luft mehr kriege. Da verlange ich von der Eintracht, dass sie das auch nicht tut und sich irgendwie, keine Ahnung, die sollen wirklich erstmal gucken, dass die in diesen Workflow-Rückrunde erstmal reinkommen und dann können wir immer noch darüber sprechen. Das ist das Einzige, was mich gestört hat, dass diese positive Stimmung, ja, also es wird so getan, als wäre das selbstverständlich, dass wir eine sehr gute Rückrunde spielen und das sehe ich halt noch nicht. Ja, und es ist halt auch dummes Gelaber, weil ich sehe es auch nicht und es nervt mich ehrlich gesagt. Oh Gott, jetzt fange ich an und dann sage ich, ich muss von Spiel zu Spiel denken, aber die ganzen nächsten Partien, Ui, 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 ui. Ja, nein, aber ganz ehrlich, ja, aber ich weiß auch gar nicht, wie man realistisch auf die Chance, auf die Idee kommt, jetzt zu meinen, dass wir jetzt irgendwie die Champions-League-Anwärter sind, ne, also das kann ich, Realistisch gesehen, würde ich da jetzt mit gar keinen Erwartungen rausgehen. Ja, aber was soll denn, aber warum muss ich denn als FFH, Jogi Löw, diese schwachsinnige Kackfrage stellen? Was ist das für eine Scheiße? Warum baut das unnötig Druck auf? Weil es Klicks bringt. Da sind wir wieder im Thema, wie gesagt, was ist nichts anderes. Das ist nicht seriös, das ist nicht sinnhaft, das bringt nur Klicks. Aber sowas ärgert mich, weil ganz ehrlich, ich muss doch nicht unnötig irgendeinen Scheißdruck aufbauen. Ich will, dass die Eintracht eine vernünftige Rückrunde spielt. Sorry Marvin, ich will dich ganz kurz, ich will dich gar nicht stören, aber der Marvin hat gerade den Sendungstitel benutzt. Scheißdruck ist der perfekte Sendungstitel, vielen Dank. Ja, aus Scheißdruck und Druck, aber es nervt, denn ganz ehrlich, die Eintracht, ja, wie gesagt, muss sehen, dass sie in die Rückrunde einigermaßen gut startet. Wir haben ein richtig knackiges Programm, wir werden gleich über Freiburg sprechen. Das ist eine gute Mannschaft. Dann haben wir Werder, ungemütlich, wir erinnern uns an das Scheiß-Werder-Spiel in der Hinrunde. Dortmund, Leipzig, Gladbach, also das sind alles Dinge, das ist richtig knackig und da müssen wir uns einigermaßen gut durchwuseln und erst dann, erst nach Gladbach ist für mich so das Gefühl, wo wir sagen können, okay, kann es nochmal nach oben gehen oder, also geht es wirklich Richtung Champions League, was ich mir aktuell einfach nicht vorstellen kann, ohne das zu negativ zu sehen oder haben wir eine sehr, sehr gute Chance, die Euro-League-Platzierung zu sichern, was ja auch geil wäre, ja, aber das jetzt irgendwie Jogi Löw oder sowas meint oder sonst irgendjemand, ihr könnt das denken, aber, oder, und ihr könnt natürlich, wenn ihr so motiviert seid, als Spieler von mir aus, aber dass jetzt irgendein Hanebümpel mir irgendwas erzählt, ach Quatsch ey, Leute, 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 die Eintracht, man muss wirklich sehen, dass das Konzept, was sie in der Hinrunde sehr, sehr gut gespielt haben, jetzt weiter perfektioniert und ich hoffe da auch auf noch mehr Variabilität, das sollte eine der, äh, der Möglichkeiten sein, die du in einem Trainingslager hast, dass du noch variabler bist, dass du noch mehr einstudierte Spielzüge hast, dass du konsequenter, besser in Eckball, Eckballverwertung, Standard, genau, Standardverwertung generell bist, das muss der Fokus gewesen sein, in den Trainings, bei denen ich dir, wo ich natürlich nicht dabei war, aber wenn du das verbesserst, in Zeiten, in denen es nicht immer optimal läuft, dann haben wir eine gute Chance und dann können wir sehen, wo es hinläuft. Man darf aber nicht vergessen, auch die anderen Mannschaften haben optimale Trainingslage hinter sich, Mannschaften, die zur Weltmeisterschaft, ähm, jetzt irgendwie gebeutelt waren, weil der eine oder andere Spieler nicht an sein Leistungsniveau gekommen ist, die werden jetzt stärker zurückkommen, auch die Bayern logischerweise und andere Vereine. Das heißt, auch die haben diese Winterpause gehabt und wir können jetzt nicht mehr so viel von dem Hype mitnehmen, den wir, den wir in der Hinrunde 2018 hatten, in der Rückrunde, nee, in der Hinrunde 2018 war es ja, oder war es 2019? wir haben 2019 jetzt das, jetzt bin ich völlig verwirrt, aber ihr wisst was. Aber ich sehe es auch so wie der Marvin und das ist, das kann auch gefährlich sein, wenn du, wenn man das selber befeuert, dass von außen dann plötzlich wirklich gelabert wird, die Eintracht von den Champions League kommen, das ist unrealistisch, weil du mit Dortmund, Bayern, Gladbach und Leipzig einfach Mannschaften hast, die auch in der Hinrunde, wo die für uns so gut gelaufen ist, auch besser waren. Also es gibt überhaupt gar keinen Grund zu denken, dass wir da einschreiten könnten, weil es jetzt nicht so ist, wie wir es vielleicht in den vergangenen Jahren schon mal hatten, wo eine Mannschaft wie Schalke zum Beispiel Vizemeister geworden ist. Das ist noch was anderes. Jetzt hast du aber vier Mannschaften, die wirklich auch gut spielen, wo du sagst, okay und ich wäre hoch zufrieden, wenn wir wirklich tatsächlich uns irgendwie wieder, und wenn es wieder, vielleicht mal diesmal bei den siebten Platz ist, wieder für die Euroleague qualifizieren. Das wäre schon der Hammer, Leute, mit der Doppelbelastung. Das kann man als Maximalziel und das kann man als dieses, ja, dieses Ziel ausrufen, was Fans dann nervös macht, wo man denkt, ah, vielleicht klappt das, aber bitte, bitte nicht die Champions League. Das kann nur kontraproduktiv sein. Glaube aber auch, dass das anders als vielleicht bei anderen Vereinen sogar bei uns, bei den Verantwortlichen vielleicht ist zu sagen, okay, nach außen wollen wir die Euphorie nicht bremsen, aber wir können das schon realistisch einschätzen. Das hoffe ich und so schütze ich Hütte auch ein. Ich schätze Hütte so ein, dass er sagt, ja, Leute, Arbeit, Arbeit und der wird hoffentlich, wird in Öffentlichkeit vielleicht nicht gemacht, um die Spieler nicht anzugreifen, aber es gab ja auch in der Hinrunde, da machen wir uns nichts vor, kritikwürdige Leistung. Also am Ende sind wir wirklich auf der letzten Felge gefahren und das Spiel in Mainz, Marvin und ich waren da, ziemlich weit vorne. Das war nicht so gut und gegen Bayern hat es auch nichts mehr, war auch nichts mehr drin. Da war dieses Spiel dann gegen Leverkusen noch dazwischen, aber die letzten Eindrücke waren ja jetzt nicht so unfassbar überragend, sondern hat man auch so ein bisschen federn lassen und ich will einfach wieder diese hungrige Mannschaft haben, die sagt, okay, wir haben noch nichts erreicht und wir wollen jetzt echt abgehen und dann, ja, wie gesagt, Champions League ist ein Ziel, wie Marvin hat es gesagt, das kann man denken und von mir aus kann die Eintracht und ich hoffe sogar, dass die Eintracht intern ihre Arbeitsschritte vielleicht darauf auslegt, zu sagen, okay, wir wollen vielleicht irgendwann der einzige, wie gesagt. Der innere Spirit ist ja auch gut, sorry, wenn ich dich unterbreche, der innere Spirit innerhalb des Teams zu sagen, wir wollen das absolute Leistungsmaximum in uns erzielen und wollen auf jeden Fall sehen, dass wir in diese Champions League kommen. Wenn das jeder von denen denkt, dann ist es schon ein Unterschied zu denen, zu dieser Denkweise, die wir vor ein paar Jahren hatten, wo du dann früh gemerkt hast, naja, so wirklich nach vorne geht es nicht mehr, weil sich jeder mit so einem, ja, na gut, wir sind absteigend, tun wir jetzt nicht mehr und jetzt dengeln wir so ein bisschen rum. Also wir hatten, es gab ja offensichtlich diese Einstellung vor ein paar Jahren, wo wir uns auch hier schon in diesem Podcast beschwert haben, dass der Wille nach ganz vorne nicht mehr da ist. Der scheint jetzt innerhalb der Mannschaft auf jeden Fall da zu sein. Das finde ich total geil. Da glaube ich aber auch, dass Hütter das einfach ganz ordentlich moderiert. Ich meine, er hatte ja auch schon gesagt, dass er die Euphorie jetzt irgendwie hier niemanden wegnehmen will, aber dass er das auch realistisch sieht. Also den schätze ich so ein, dass er das mit der Mannschaft ganz klar kommuniziert und sagt von wegen, hey, wir sind jetzt kein Titelfavorit, aber lasst uns die anderen ärgern, solange es geht. Lasst uns Punkte mitnehmen, lasst ihn richtig eklig auf den Füßen stehen, lasst uns hier was bewegen. Aber der wird jetzt auch keine Ziele ausloben, die jetzt unerreichbar sind. Und der wird ambitioniert an das Thema rangehen, aber der wird jetzt nicht sagen, wir müssen irgendwie Vizemeister werden und den Europapokal holen. Auch wenn es schön wäre, aber da ist er auch realistisch. Ja, das finde ich auch ganz gut, dass wir uns da selber vielleicht auch ein bisschen einordnen zu sagen, okay, easy peasy, wir gucken, was geht und wir sind die Letzten, die sich beschweren, wenn es gut läuft. Wir sollten aber auch nicht zu enttäuscht sein, wenn die Eintracht am Ende vielleicht nur Achter wird, weil wir trotzdem Europapokal gespielt haben diese Saison. Ich finde, wir sind sowieso schon viel drüber über den Befürchtungen, die wir vielleicht alle hatten und wenn wir es dann noch schaffen, zwei von drei von der Büffelherde vielleicht zu halten, dann ist, glaube ich, alles ganz cool. Weil, und das muss ich auch sagen, wenn es wirklich intern, wenn wir wirklich, wenn ich mich wirklich ganz kurz jetzt in einem schwachen Moment auf das Gedankenexperiment Champions League einlasse, vielleicht kann ich hier eine Überleitung schaffen zur nächsten Diskussion, dann hätten wir im Winter einfach auch noch mehr machen müssen. Das heißt, wenn die Eintracht intern wirklich denkt, okay, die gucken immer, dann war das vielleicht bis jetzt, weiß ich noch nicht, Transferfest ist noch offen, aber dann war das bis jetzt zu wenig, weil dann hättest du da auch noch mal irgendwie so einen kleinen Zeichentransfer setzen müssen. Meiner Meinung nach gerade im zentraloffensiven Mittelfeld. Dann lass uns genau darüber sprechen, ich finde das eine gute Überleitung. Unseren Standpunkt haben wir soweit klar gemacht. Ja, wie ist es denn? Also wir haben jetzt mit Sebastian Rohde eine Neuverpflichtung. Leihweise jemand, der im defensiven Mittelfeld unterwegs war, wie wir ihn kennen, auch schon mal bei Bayern auf der rechtsverteidiger Position gespielt hat, aber Fakt ist, die letzten über ein Jahr bei Dortmund keine Rolle, auch verletzungsbedingt gespielt hat. Das ist ein Transfer, der wahrscheinlich uns nicht so ganz so viel Geld gekostet hat, aber mit Sicherheit angeblich 5,5 Millionen habe ich gehört. Was? Ach gut, das wäre natürlich noch schon recht viel. Aber es ist eine Verpflichtung, es ist für ihn glaube ich ganz gut, weil ich das Gefühl habe, dass er sich hier schnell wieder einfinden kann im gewohnten Umfeld, trotz vieler Veränderungen, neuer Trainer und so weiter und so fort. Es ist für den Eindruck glaube ich aber auch kein großes Risiko, oder? Ne, also ich habe diese negativen Kommentare zu dem Transfer überhaupt nicht verstanden, weil es ist ja wirklich gesagt wirklich kein Risiko, auch wenn es jetzt 1,5 Millionen Leihgebühr sind, meine Güte. Wenn der wirklich wieder ausfällt, dann fällt er vielleicht irgendwann wieder in die Krankenkasse, dann ist es halt so. Aber das ist ja eigentlich ein Transfer, wo alle nicht viel erwarten und wir können nur gewinnen, weil wenn er wirklich wieder einigermaßen kickt wie früher, dann ist er ein überragender Ersatz für Thoreau. Also das ist mir tausendmal wohler, als wenn ich weiß, dass de Guzman und Fernandes die ganze Rückrunde spielen müssten. Da habe ich lieber ihn, weil er vielleicht im Gegensatz zu Fernandes ähnliche kämpferische Qualitäten hat, aber dann so ein bisschen spielerisch auch noch ein bisschen auch eine Stufe drüber ist. Also ein Upgrade zu Fernandes ist er für mich auf jeden Fall und gerade de Guzman haben wir auch in der Hinrunde mit allen Schwankungen gesehen. Also eine Alternative in dem Positionsbereich haben wir sowieso gebraucht und da finde ich ihn jetzt nicht schlecht, weil er, wie gesagt, im Winter ist es sowieso immer schwierig und er ist einer, der kennt zumindest das Umfeld und er ist auch für den Hütterfußball als Spielertyp immer vorausgesetzt, er ist 100% fit, ist er auch eigentlich ideal. Ja, also finanziell ist er mit Sicherheit kein Risiko, an der Stelle das Einzige wäre halt wirklich nur der Punkt, ob er Leistungen bringen kann und uns da an der Stelle die nötige Verstärkung bringt, aber ja, wirkliches Risiko sehe ich da drin nicht. Ich habe halt eher noch so ein bisschen die mit den nicht getätigten Transfers, ist ja wohl auch relativ klar, dass da an der Stelle nichts mehr kommt, auch wenn Bobic, glaube ich, heute noch irgendwie gesagt hat, wenn, dann punktuell, aber ich sehe da am Horizont nichts mehr aufblitzen. Ich mache mir nach wie vor so ein bisschen Sorgen um unsere Rechtsverteidiger-Position, auch wenn Danny Da Costa seinen Akku da wieder aufgeladen hat, aber so viel wie der Kerl rennt, ist der halt auch noch drei Spiele wieder leer. Wenn da einer irgendwie blöd von der Seite reingeflogen kommt, das will ich mir lieber gar nicht erst vorstellen. Also er ist ein Wunder, er ist wirklich ein Wunder, 2018 war sein absolut, würde ich einfach mal behaupten, auch wenn ich jetzt nicht jedes Jahr so nah dran bin wie 2018 bei ihm, fand ich, war ein absolut herausragendes Jahr von Danny Da Costa, er hat sich zum mehr als Stammspieler entwickelt von jemandem, wo du gedacht hast, okay, der hat Potenzial zu einem absoluten Leistungsträger, sogar Tore erzielt, wirklich ein geiler Typ, also auch als Persönlichkeit unglaublich in Frankfurt nochmal gewachsen. Ich würde ihn auf jeden Fall auch weiterhin als Nummer 1 auf der Rechtsverteidigerposition sehen, denke aber, das was wir schon seit Ewigkeiten sagen, dass ein Backup für ihn, trotz der Tatsache, dass Chantel langsam wieder zurückkommt, jemanden, der, ja, also ein weiterer Backup für ihn auf jeden Fall kein Nachteil wäre und das wäre auch für ihn nicht schlecht, es kommt immer darauf an, wem du ihn vorsetzt oder mit wem du ihn konkurrieren lässt, aber grundsätzlich würde ich das schon immer noch gut finden. Halte ich auch für absolut nötig, wenn ich ehrlich bin, also ich fände das fahrlässig fast, weil bei Chantel weißt du nie, nach so einer langen Verletzung, so einer komplizierten Verletzung, bis der wieder komplett drin ist, hast du dann auch schon wieder, ja, weiß ich nicht, gefühlt 5, 6 Rückrundenspiele gespielt und dann geht es schon in die heiße Phase und wenn er sich jetzt, was ist, wenn er sich gegen Freiburg verletzt, dann stehen wir da, gut, dann kannst du noch reagieren, aber was ist, wenn er sich nach dem 31.1. verletzt, dann stehst du da, genau der Punkt und das kann passieren, typisch Eintritt. Ja, genau, das ist gut dieses typische, am besten verletzt hat sich dann gegen Dortmund, das ist dann 3 Tage, 2 Tage später, glaube ich. Da musst du Madlung zurückholen. Du hast ja schon gesagt, Rode kann das spielen, aber das kann nicht die Lösung eigentlich sein. Das kannst du mal irgendwie für ein Spiel machen, wenn du sagst, okay, der braucht jetzt mal ein Spielpause und das ist jetzt auch nicht irgendwie ein Ding, wo du sagst, okay, da können wir halt mal irgendwie einmal das System so ein bisschen anpassen, aber über mehrere Spiele sehe ich das halt definitiv nicht. Ist ja auch undankbar für ihn, ne? Also Rode soll erst mal in seiner normalen Position wieder zur alter Stärke zurückfinden, bevor er dann mit vollem Selbstbewusstsein sich andere Variationen irgendwie vornimmt. Also da muss man auch so ein bisschen an ihn denken. Mir ist es schon wichtig, dass auf dieser Position nachgebessert wird. Ich wäre sogar noch weitergehen und würde, ich würde ja noch weitergehen und würde normalerweise ja auch sagen, dass ich mir noch mehr Verstärkung erhoffe, aber ich weiß auch, dass nicht alles immer so realistisch ist, aber zumindest auch der Rechtsverteidiger-Position bleibe ich standhaft und würde da schon immer noch was sehen, weil das alles zu wackelig ist. Ich würde mich auf Chandler überhaupt gar nicht setzen aktuell. Das ist ein Wambonspiel, das ich nicht ganz gerne eingehe und ich würde auch nicht irgendwie sagen, ja, den einen von links ziehe mir nach rechts. Nee, das kann passieren und das wird in einer langen Saison zwangsläufig passieren, dass irgendjemand, Daniel Acosta, blöd auf den Schuhen steht und er halt nicht den Unbesiegbarkeitsmodus anhat, sondern sich dann verletzt und dann fällt er zumindest vier, fünf Spiele aus, die können uns dann gerade auch einfach extrem wehtun, insbesondere wenn wir extrem in der Situation sind, dass wir noch was zu verlieren haben. Wir sind in der fucking Europa League, ja, wir haben einen scheißen Gegner aktuell, aber den kriegst du mit ein bisschen Glück doch gebacken und wenn es dann noch weitergeht und dann sind wir vielleicht einigermaßen schon immer gut in der Liga, haben die Möglichkeit uns auch über die Liga in der Euro League zu qualifizieren, weil wir trotzdem ja noch immer einer der konstanteren Teams in der Hinrunde waren und ja auch eine richtig gute Hinrunde gespielt haben, wenn wir das einigermaßen konservieren können. Ja, da muss ich aber diesen Backup einfach haben, ja. Das ist für mich schon sehr, sehr wichtig. Um dieses Thema, weil das andere Thema, was der Marvin kurz angerissen hat, würde ich auch gerne nochmal besprechen, gleich mit dem anderen Transfer, aber um jetzt bei der Position zu bleiben, da gibt es ja zwei Möglichkeiten, es schwirrt ja die ganze Zeit im Barbuch um, da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen. Wie seht ihr das denn? Weil viele sagen, da Costa hat es eigentlich nicht verdient, dass man ihm so eine Granate jetzt vor die Nase setzt und das wäre dann eigentlich auch ja zu teuer für die gesunkene Notwendigkeit, würde ich mal sagen, dadurch, dass da Costa so einen Sprung gemacht hat. Ich bin da ehrlich gesagt noch so ein bisschen ambivalent. Ich könnte mich da jetzt gar nicht entscheiden, weil ich sehe beide Seiten. Also ich kann verstehen, dass man da Costa keinen vor die Nase setzen will. Wir fänden es aber auch geil zu sagen, okay, der Spieler ist von internationaler Klasse, der will zu uns, der kommt gut mit dem Trainer aus, der hat sehr, sehr gute Qualitäten, vielleicht findet man da eine Lösung, dass er, keine Ahnung, ja, der Backup für die Rechts ist, aber vielleicht auch auf Links spielen kann, keine Ahnung, wie die Hütter das dann hinbasteln wollen würde, da bin ich jetzt nicht nah genug dran und in den Gesprächen dabei. Das ist, also für mich ist das trotzdem noch ein Transfer, den habe ich noch im Hinterkopf, auch wenn jetzt immer wieder dementiert wird. Oder du gehst Variante zwei, du holst vielleicht von Wolfsburg einfach Paul Verhag, Grüße an Julian, du holst einfach Paul Verhag, der dir vielleicht dann keinen Stress macht, der charakterlich, so wie ich es immer mitbekommen habe, korrekt ist, der zumindest dir, glaube ich, jeden Elfmeter reinschießt und der dann, wenn es wirklich mal so weit sein sollte und vielleicht sogar auch gegen Gegner, die ein bisschen, wo wir ein bisschen tiefer stehen müssen, dann vielleicht die Rechte seit absichert. Das wären diese zwei Möglichkeiten, die ich sehe und die würde ich unabhängig von dem, was ich vorhin gesagt habe, Champions League Transfer oder so, das ist für mich keiner, das ist für mich ein absoluter Notwendigkeitstransfer. Ja, ich will da genau darauf zugehen, denn, oder nicht zugehen, sondern eingehen, denn genau wir haben ja darüber gesprochen und ich war einer der Vertreter, die ganz klar ja gesagt haben, dass ich nicht will, dass der Costa jemanden vorgesetzt bekommt, der ihm den Platz mehr als streitig macht, sondern eigentlich aufgrund seiner, des Transfers, der Höhe des Transfers eigentlich gesetzt sein muss, weil ich denke, damit demotivierst du da Costa, ich habe das Gefühl, dass da Costa jemand ist, den du leicht demotivieren kannst aus irgendeinem Grund, also ich habe das Gefühl, dass er nicht ganz so fest ist, ja, es gibt Spiele, die sind so selbst überzeugt und die kannst du, die kannst du schütteln, rütteln, dann kannst du sonst jemanden hinstellen, so Leute wie, was weiß ich, ich glaube ein, ich glaube, ich glaube, ja, keine Ahnung, so Müller macht sich nicht so viele Gedanken um seine Qualitäten oder sowas, ja, und, also das ist jetzt ein, ja, plakatives Beispiel, oder auch Meier hat sich, glaube ich, nicht ganz so viele Sorgen gemacht, aber ich glaube, dass da Costa jemand ist, mit dem muss ich behutsam umgehen und ihn jetzt jemanden vorzusetzen, der einfach so viel Geld gekostet hat, auf der gleichen Position würde ich nicht machen, ich würde auch nicht, ich würde auch nicht versuchen, da Costa auszubremsen, sondern unterstützend, und wie kann ich jemanden unterstützen, indem ich zum Beispiel, wie war Haag, jemanden hole, der so viel Erfahrung hat, der Nationalspieler war, der vielleicht auch da Costa noch ein bisschen anleiten kann, hier, pass mal da ein bisschen auch besser auf deinen Körper auf, guck mal da, das Stellungsspiel läuft noch besser, jemanden, der ihm assistieren kann, und gleichzeitig als Rechtsverteidiger eine super Ergänzung wäre, falls es mal Notanmann wäre, würde ich viel geiler finden. Ja, ich, das ist eine Frage, die kannst du jetzt wirklich noch ins kleinste Detail reindiskutieren, weil es hier auch die Möglichkeit bestehen würde, dass du auf der rechten Seite mit Mbabu und da Costa spielst, und links mit Kostic und Williams und ein 4-4-2 spielst, das heißt, Mbabu wäre dann eigentlich auch eine Ergänzung nicht nur zu da Costa, sondern eine Doppeltergänzung auch vorne zu Rebic dann auf rechtsaußen, also dass du quasi, du spielst mit Jovic ja vorne drin, hast Kostic, Rebic auf den Außen, hast links Williams, rechts da Costa, und Mbabu ist einer, der quasi von diesen 4 Positionen, sag ich mal, zumindest 2,5, auch besetzen könnte, dass der so eine Breite in den Kader bringt, das weiß ich aber nicht, wie gesagt, das wird Hütter besser wissen, das ist so das einzige wenn er eben so sieht, von mir aus, genau, aber ansonsten, wenn es nämlich nicht so ist, das wollte ich jetzt abschließen, bin ich eigentlich auch auf Marvin Seite, weil man muss sagen, der Costa hat sich das zu sehr verdient, als dass er, als das auch die Not, unabhängig jetzt vom Menschlichen, auch die Notwendigkeit besteht ja gar nicht, weil du denkst, 10 Millionen Euro in die Hand zu nehmen für eine Schwachstelle, die aktuell gar keine ist, und wenn ich jetzt wieder eine Überleitung machen darf, sorry René, wenn ich dich da jetzt übergebe, falls du auch noch was sagen willst, aber 10 Millionen Euro, wenn ich die in die Hand nehmen wollen würde, dann würde ich fast sagen, dann will ich, dann will ich ein Achter-Zehner haben, der eben diese Position ausfüllt, die Rebicin ein bisschen gespielt hat, die Galcinovic ab und zu spielt, aber wo beide nicht wirklich unfassbar überzeugt haben, wo du halt wirklich so ein, ja, ich will es jetzt mal, er hat zwar nicht gespielt, aber ich meine nur den Spielertyp, so ein Geraldersersatz, weil das wäre für mich der Transfer, den Marvin vorhin angesprochen hat, das ist für mich ein Transfer, der sagen würde, pam, pam, wir wollen in die Champions League, wir holen Schalernuklu oder so, muss man nicht machen, trotzdem finde ich es diskussionswürdig, weil das auch eine Position ist, wo wir mit Geralders ja ein Spieler abgegeben haben, den wir nicht ersetzt haben, müssen wir ja sagen, also der scheint ja trotzdem irgendwie eingeplant gewesen zu sein, der ist jetzt nicht mehr da, Müller ist auch weg, also zumindest hätte ich gedacht, dass zumindest eine Erwägung gezogen wird, zu sagen, okay, es geisterten ja auch einige Namen rum, von Neapel glaube ich noch jemand, ich glaube, dass diese Achterposition, der vor den beiden Sechsern in diesem Dreier-Mittelfeld spielt, wenn wir bei der Fünferkette bleiben, das Gacinovic kann das machen, er ist aber glaube ich nicht für die komplette Rückrunde gemacht mit Europa League, weil er sich immer zu krasse Täler auch nimmt und in Spielen, in denen es dann wirklich irgendwie um was geht, auch manchmal ein bisschen abtaucht, so leid, wenn man das tut. Tja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ja, René, was meinst du, sollten wir da noch jemanden verpflichten? Du meinst das auf der Zehnerposition oder auf der ... Ja, so du müsstest, glaube ich, am besten müsstest du darüber nachdenken, Achter, der auch Zehner spielen kann, also ich glaube, so diese Variabilität, aber trotzdem eher so Zehner ausgelegt halt, weil irgendwie, da ist ja auch jetzt nicht ganz so viel bei der Eintracht, es ist ja eine Offensive, ist ja sowieso krass, da haben wir ja so viele gute Leute, darum geht es mir ja eigentlich grundsätzlich erstmal nicht, aber trotzdem diese Variabilität zu haben, noch einen Achter beziehungsweise einen Zehner zu haben, der aber diese Qualität hat, die Mannschaft zu verbessern, das wäre schon, wäre vielleicht keine schlechte Angelegenheit. Wie Basti schon so richtig sagt, dass Geraldis, da ist jetzt ja die Laie ausgelaufen, der Nächste, der ja so ein bisschen auf dieser Position hätte spielen können oder gedacht wäre, wäre ja Fabian gewesen, der ist ja wahrscheinlich auch tendenziell eher weg als da. Ja, Rebic ist nicht für die Position gemacht und Gacinovic hat eben diese Leistungsberge und Täler, da bräuchte es doch eigentlich auf lange Sicht jemanden, der da konstant irgendwie ist. Aber die Frage ist halt wirklich, ich glaube, das ist so das große Problem oder der große Punkt, dass du auf keiner Position momentan eigentlich so richtig den Druck hast, um das Geld, was wahrscheinlich die ganzen abgebenden Vereine jetzt rundherum irgendwie aufrufen werden, halt auch bezahlen zu können oder bezahlen zu wollen vielmehr. Ich glaube, da ist man realistisch genug. Ja, das ist ein super Anwand, aber es lässt sich natürlich auch genau das Gegenargument formulieren, gerade weil wir es ja absolut nicht nötig haben, zwingend jemanden holen zu müssen. Gibt es doch weniger Druck. Das heißt, na gut, also entweder wir nehmen den jetzt oder wir nehmen den nicht. Also entweder, ich brauche jetzt kein zweites Auto, ich kann ja mit dem einen fahren, aber ich würde das zweite schon kaufen, wenn das mir so passt. Ja, aber dann braucht man halt auf der Gegenseite einen Verein, der halt den Druck hat und den Spieler halt unbedingt loswerden will. Ja, und da gibt es auch bestimmt ein paar. Gibt es genug, die von den Gehaltssätzen haben wollen, um in dem Bild von Marvin zu bleiben, weil die Wahrscheinlichkeit, dass in unserem Auto im Sommer Gold im Kofferraum gefunden wird, führt ja auch dazu, dass dieses Auto auch teurer wird. Wisst ihr, was ich meine? Die Leute wissen dann, okay, der Typ hat Geld. Also im Sommer, wenn wirklich einer von den dreien oder vielleicht sogar zwei von den dreien vorne gehen, dann wissen die, okay, die Eintracht hat 70 Millionen Euro auf der Bank, hier gib mal was davon ab. Jetzt ist es noch nicht der Fall. Ich glaube, dass es im Sommer nicht unbedingt leichter wird, ehrlich gesagt. Nee, wird es nicht, aber ich glaube, diese Vorzeichen, die da sind, dass da irgendwie demnächst schon Geld kommt, wird den einen oder anderen schon dazu zu verleiten, das irgendwie in seine Preiskalkulation mit einzubinden. Okay, dass du meinst, dass wir mehr oder weniger in Vorleistung gehen. Ja, nicht in Vorleistung, aber dass die um die Ecke kommen und sagen so von wegen, hier, ihr zahlt jetzt hier folgende Ablöse und nach irgendwie x Spielen, die der Spieler gemacht hat, legt ihr nochmal so eine x drauf, weil sie wissen, dass da nochmal irgendwie die Kasse gefüllt wird. Ja, es ist schon verrückt, also ich meine, auch jetzt der Transfermarkt ist schon spannend, wenn ich sehe, dass ein Geist in die zweite Liga wechselt, ist auch kein absolut schlechter Spieler zu Köln und auch andere ganz gute Transfers da so stattfinden. Ja, es ist spannend. Ich glaube aber, dass die Eintracht aktuell eher damit punkten kann, dass sie es nicht machen muss, aber machen könnte und wenn irgendwie einer von der Gehaltsliste gestrichen werden muss, zumindest leihweise, sag ich mal, und hoffentlich eine Stufe über Rode, ohne Rode jetzt negativ hier irgendwie auszuwirken oder uns negativ zu meinen, aber wenn es da was geben würde, wäre das halt eine gute Sache. Ich kann dir aber ehrlich gesagt jetzt nicht sagen, wer da in Frage käme. Also das ist mir zu viel Spekulatius. Hast du da irgendwie ein paar auf der Liste, Basti? Nee, ich habe, wahrscheinlich liegt es aber auch daran, dass wir wirklich verzweifelt sind in den Standardsituationen in der Hinrunde, ist dieser Name Schalanoglu natürlich mit seinen Qualitäten in diesem Bereich immer so einer gewesen, der dich getriggert hat, aber ich gebe natürlich auch zu, dass das unrealistisch ist. Also der wird wahrscheinlich dann, der ist glaube ich damals zum AC Mayland gewechselt, als dieser chinesische Investor da eingestiegen ist, der wird nicht den schmalsten Vertrag haben. Deswegen, mir fällt auch kein einer, aber ich habe auch nicht so viel Zeit wie Ben Manga, mir überall Leute anzuschauen. Vielleicht gibt der einen. So ein bisschen ist ja vielleicht auch noch, so ein bisschen die Frage, inwieweit man schon in Planung für den Kader im nächsten Jahr steht. Ich meine, wir haben jetzt, wir haben einen Rode und wir haben einen Trapp als Laie. Da ist natürlich auch die Frage, gerade auch bei Trapp, will man daraus irgendwie einen festen Vertrag machen? Dann musst du das ja auch schon irgendwie einpreisen und jetzt nicht irgendwie im DiCaprio-Style irgendwie die Kohlen vom Pier werfen, sondern muss da ja auch vielleicht das eine oder andere noch in der Kasse zurückbehalten, weil da wird ja auch Paris so ein bisschen Geld haben wollen. Also ich glaube, die denken da schon noch einen Ticken weiter, als wir es gerade tun und sind da auch noch so ein bisschen tiefer in der Planung drin. Definitiv, deswegen sagen wir es ja, es ging ja auch, die ursprüngliche Diskussion hat ja auch angefangen, weil wir gesagt haben, wenn wirklich jetzt, wenn, was wir auch nun unterstellt haben, wenn wirklich intern auch von der Champions League gesprochen wird, dann hättest du da noch was machen müssen, weil mit diesem zentralen Mittelfeld kommst du nicht in die Champions League, Punkt. Ist ja auch nicht schlimm, ich will ja auch gar nicht in die Champions League, natürlich will ich, aber ich verlange es ja gar nicht. Nein. Weißt du, das ist es ja, wenn diese Planung würde ich auch gar nicht verlangen, sondern das ist auch unrealistisch, dass wir wirklich einen Verein wie Gladbach, dem wir immer irgendwie neidisch angeschaut haben, wo wir immer gesagt haben, wir würden gerne, dass die Eintracht auch sowas macht und die Eintracht ist ja auf dem Weg dahin, dann können wir auch nicht von Eintracht verlangen, dass die den einen Schritt vor dem anderen macht. Also von daher ist alles in Ordnung, so wie es gerade ist. Nur, wie gesagt, es wäre zumindest ein Planspiel gewesen zu sagen, okay, man ersetzt diesen Spielertyp Geraldes, weil das ja irgendwie gar nicht funktioniert hat, vielleicht gab es auch die Überlegung und es hat nicht geklappt, wissen wir alles nicht oder man pokert jetzt. Kann ja auch sein, weil diese Preise, die René angesprochen hat, die variieren ja auch noch mal zum Ende der Transferperiode hin, wenn man sagt, okay, bei dem einen oder anderen hat der Transfer geklappt, dann geht der manchmal, wie gesagt, man kennt das ja alles hier, Deadline Day, Deadline Day Bingo, dann fällt der Dominostein, bla bla bla, dann ziehen wir uns unsere gelben Anzüge an. Wissen wir nicht, wie gesagt, der wirklich wichtige Transfer wäre auch ein Backup für den Eger Koster, glaube ich. Ja, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass genau dieses Pokerspielchen ein Bobic und ein Hübner da jetzt machen und sagen so, komm, wir haben noch 15 Tage Zeit, wenn du den unbedingt loswerden willst und du findest keinen anderen, dann melde dich doch noch mal am 30. Januar morgens ab neun, dann können wir noch mal über den Preis reden. Genau, wie bei Eber Kleinzeichen, entschuldigen Sie, mach es für 100 Euro ein, ich gebe Ihnen 30 Euro, ich gebe Ihnen 30 Euro, hol sofort ab und dann meldet der Typ sich nicht und vielleicht schreibt der Typ ja nach fünf Wochen doch zurück, weil sich sonst gar kein anderer gemeldet hat. Also, schauen wir mal. Wird durchaus sein. Ich denke jetzt, ein Stück weit zu, ja, wahrscheinlich zu weit voraus. Oha, tut dir nicht weh dabei, Marvin. Ja, und das tut, ganz ehrlich, das tut mir immer weh, ihr kennt mich. Aber, genau diese Position, über die wir gerade sprechen, ist eigentlich jemand, der heißt Daichi Kamara. Ach, guck mal. Ja, Kamara ist wirklich derjenige, der ja in der Hauptposition, na gut, eigentlich hängende Spitze, aber sowohl im zentralen als auch im offensiven Mittelfeld extrem gut aufgehoben ist. Wir haben, glaube ich, keiner von uns hat jetzt sonderlich viel von ihm gehalten in seiner Zeit, in der wir ihn gesehen haben. Nee. Nee, jetzt gibt es so eine interne, ja, wie soll ich sagen, interne Spielerbeobachtungs-Chatgruppe, die Basti und ich haben, wo noch ein paar andere drin sind. Die Tüß-Scouts. Ja, genau. Und da ist natürlich, da ist jetzt offensichtlich geworden, um erneut nochmal auf ihn hinzuweisen, dass der Junge in 15 Spielen zehn Tore gemacht hat und in der belgischen ersten Liga seinem Verein, also seinem Verein maßgeblich hilft. Natürlich ist es jetzt nicht so, die werden jetzt nicht die Laie im Winter beenden, weil so dringend ist es einfach nicht. Und ich glaube, der Verein ist auch ganz froh, dass er mittlerweile sogar auf Europa liegt, nicht auf einem guten Niveau dort schwimmt und so weiter und so fort. Aber wenn wir uns halt jetzt noch gedulden wollen und er in der Rückrunde auch noch so spielt, dann kann der zumindest für die nächste Saison wirklich eine Alternative werden. Ja, aber das ist, das fände ich eigentlich einen perfekten Kompromiss, den trotzdem, auch wenn es ein bisschen assig ist, also zu sagen, hier, sorry Leute, wir holen den sofort, ich will den sofort haben. Also weißt du, du hast mit der Rall, der ist auch außerplanmäßig beendet und dann musst du halt da den Ausgleich schaffen, zu sagen, okay, weil Kamada ist genau der Typ, wie wir es nämlich gesagt haben, wir brauchen ihn ja nicht und Gacinovic wird auch seine Spiele machen und Rebic hat das ja zumindest, ja, nee, Rebic will ich eigentlich da nicht mehr sehen, aber Gacinovic kann das ja auch spielen und manchmal ist diese Position auch gar nicht da, wenn du Rebic und Jovic auf die Außen machst und Hallern in die Mitte, also du kannst ja auch variieren. Das heißt, wir werden nicht ums Leben kommen, wenn wir keinen Achter, Zehner in der Rückrunde haben, aber es wäre trotzdem nice to have und wenn er das ist, der auch zumindest schon mal hier war und jetzt vielleicht wirklich wenn er sich ein bisschen Selbstvertrauen geholt hat, dann kann er, eigentlich wäre es wirklich ideal für ihn, weil wir haben es jetzt hier auch schon ganz oft betont, der Druck ist ja gar nicht da. Das heißt, du hast ja nicht, Gacinovic ist verletzt, Kamada kommt zurück, du musst ihn jetzt ersetzen. Nein. Du sagst, probier es einfach, versuch dich in die Mannschaft zu spielen, wir können eigentlich ein Spielerziel für dich gebrauchen, wenn es klappt, klappt es, wenn nicht, steigen wir auch nicht ab. Eigentlich ist es die ideale Situation, weil er auch noch in eine komplett funktionierende Mannschaft kommen würde, die auch noch gut drauf ist und ihn, glaube ich, auch echt gut aufnehmen würde. Das heißt, er kann diesen Barcock-Mitschwimmer, will ich es mal nennen, auch machen. Haben wir ja gemerkt, als die Mannschaft gut gespielt hat, ist Barcock auch mit gefloat und dann es nicht lief, ist er komplett abgeschmiert. Das würde bei ihm ja vielleicht ähnlich laufen, wer weiß, vielleicht hat er wirklich dann Qualitäten, die zumindest in Richtung Kogawa gehen und das wäre ja eigentlich genau der Spielertyp, den wir vielleicht brauchen, der vielleicht an Haller vorbei, der irgendeinen wegblockt, meinen Ball durchsteckt, auf Jovic, keine Ahnung, so diesen Steckpass. Und das ist trotzdem was, auch wenn Gacinovic wahrscheinlich den brutalst geilsten Pass, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe, in Rom gespielt hat, macht er aber nicht oft genug. Vielleicht wäre es eine Option. Ich bin mir unsicher, aber ich will es auf jeden Fall mal zur Diskussion stellen oder wollte es zur Diskussion gestellt haben. Ja, ist ja keine schlechte... Ich muss es jetzt tun, Grüße an den Chris, vielleicht kann man da was machen. Ja, das eine sind ja die Zugänge, das andere sind ja die Abgänge. Da wäre es vielleicht auch ganz gut, wenn der Kader noch mal so ein bisschen sich ausdünnt. Fabian ist da ja immer wieder mal so ein bisschen im Gespräch, ganz ehrlich, der stand schon so oft irgendwie da im Schaufenster. Ich will da jetzt auch ehrlich gesagt nichts mehr hören. Also jetzt irgendwann, mir reicht es jetzt doch ehrlich gesagt langsam. Der Junge, keine Ahnung, den sehe ich irgendwo überall in Frankfurt, nur nicht auf dem Platz, auf dem Spielfeld. Es tut mir zum großen Teil auch leid, dass das irgendwie alles nicht so funktioniert. Aber ich glaube, der hat halt einfach echt keine Zukunft. Das wird ja auch deutlich, deutlicher eigentlich erzählt. Man muss sich halt jetzt auch mal irgendwie in den Verein wechseln. Ich habe so das Gefühl, dass es irgendwie Angebote gibt, aber die Angebote ihm nicht passen und deswegen kommt es nicht zustande, dass Angebote Spieler nicht passen. Das haben wir ja schon mal gehabt. Das gab es ja bei Regote auch, der auch immer noch im Kader ist, obwohl er wahrscheinlich schon mal zu Hannover hätte gehen können. Ja, das ist dann halt einfach echt... Ja gut, aber das kann ich verstehen. Wer will schon zu Hannover? Ja, man könnte auch mal Fußball spielen. Aber ja, weiß ich nicht. Also das ist ärgerlich. Ich weiß nicht, ob da noch was passiert, wenn er mitspielt schon. Wenn nicht, versauert er das halbe Jahr noch auf der Bank und muss dann sehen, ob er einen neuen Verein bekommt. Ja, das ist halt scheiße. Ich glaube, ganz ehrlich, nimm doch die Chance an. Guck mal, es gibt ja, jetzt gehen wir mal weg von diesem rein europäischen. Gibt es jetzt auch, gibt es in Amerika auch liegen, die jetzt irgendwie anfangen oder die jetzt dann auch weitergehen oder was weiß ich. Also wo die Gefilde vielleicht auch ein bisschen optimaler für ihn sind oder vielleicht kriegt er doch auch noch irgendwo anders viel Geld und so weiter und so fort. Aber irgendwie ein bisschen Biss muss er doch jetzt einfach noch entwickeln, um seine Karriere weiter voranzutreiben. Ich fand es zum Beispiel cool, dass zum Beispiel, dass jemand wie, ja, Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie heißt denn unser dritter Torwart, der jetzt gewechselt ist? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wiedwald. Wie Wiedwald. Meine Güte. Also, ja, ich bin ein bisschen spät heute. Dass Wiedwald halt gesagt hat, naja, gut, er will eigentlich schon noch Fußball spielen und das ist jetzt keine befriedigende Situation für ihn. Also geht er zu Duisburg. Zweite Liga, warum nicht? Ist doch geil. Also das ist, da will er halt einfach und ich glaube, es ist halt auch für ihn extrem scheiße gelaufen. Als er hergekommen ist, hat er sich eine andere Position erdacht. Ja, ist jetzt anders gekommen, aber das ist doch eine super Sache. Er war ja einer von Vieren. Da haben wir ja neben Trapp und Renaud haben wir ja auch noch Zimmermann. Zimmermann hat ihn inzwischenzeitig überrundet halt eigentlich. Ja, ja, deswegen, klar, das ist natürlich nochmal ganz andere Ambitionen da an der Stelle. Ich glaube schon, Raguta will das Thema aussetzen. Gefühlt würde ich sagen, Fabian ist so ein bisschen schnäubisch geworden, was so Verträge angeht. Der hätte wahrscheinlich irgendwie die Möglichkeit, das hat der Joe auch gerade im Chat nochmal geschrieben, nach Mexiko zurückzugehen, aber das ist wahrscheinlich einfach irgendwie so, ohne das jetzt irgendwie zu hart zu meinen, aber so ein bisschen unter seiner Würde. Weiß ich nicht, wenn man da mal im Top-Club spielen kann, sich anbieten kann, vielleicht wie er regelmäßig in der Nationalmannschaft eine Erscheinung tritt. Ja, aber das muss ein Spieler immer selber beurteilen. Das ist halt noch so der Punkt. Und dann ist ja noch die Frage, Stendera, da sah es ja irgendwie die letzten Tage so aus, als wenn das mit Köln irgendwie relativ fix wäre, aber da wartet man ja auch noch irgendwie auf Vollzug. Ja gut, die haben ja lieber Geist geholt, also das Casting gegen Geist verloren scheint. Das scheint so, ja. Das spricht auch nicht unbedingt für ihn. Nee, was eigentlich aber auch irgendwie wieder schade ist für ihn, ja. Also, ich glaube, da wäre auch noch mehr drin, aber das ist jetzt auch irgendwie so zum dritten Mal. Was mich krass nervt, was mich richtig nervt, wir reden hier die ganze Zeit, Marvin hat eben über Fabian gesprochen, wir reden jetzt über Stendera. Ganz ehrlich, die beiden, wenn die endlich mal ihren scheiß Arsch hochkriegen würden, sind die doch die Spieler, die wir gerade, über die wir hier sprechen, selbst Stendera könnte diese Pässe spielen, selbst Stendera könnte fucking Standards schießen, Fabian könnte mal ein Fernschutz-Tor machen, wenn die nicht so viel Pizza fressen würden, was ist denn los mit den beiden? Das geht mir wirklich auf die Eier, bleib aber jetzt hier. So ein bisschen, ganz ehrlich, so ein bisschen Professionalität, da würde ich, da würde ich ja, keine Ahnung, wenn ich ja Berater wäre, da würde ich ja wahnsinnig werden. Dann würde ich ihn den ganzen Tag bedrohen und sagen, was ist los mit dir? Gibt es jetzt hier noch ein Crepe essen oder was? Also das weiß nicht, also das, das nervt mich, weil wir eigentlich diese Spieler, die wir brauchen, Fabian, stellt euch mal im Mittelfeld vor, du spielst mit Toro und Roder auf der 6 und Fabian ist einfach da vorne in diesem kleinen Dreieck. Ja, Leute, was ist denn dann los? Ja, ja. Nö, 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 äh, meine Güte, was ist denn los? Ja, ich wollte mich gar nicht mehr über ihn aufregen, weil wir ihn eigentlich schon abgeschlossen hatten, aber ganz ehrlich, ein Schneiderer ist das Gleiche. Ich kriege halt irgendwie mal die Kurve oder wenn nicht, muss er halt wirklich im Sommer gehen, ich wünsche ihm alles Gute. Es ist nur, es ist gar nicht so auf die persönliche Schiene, dass ich sauer auf die beiden bin im Sinne von, boah, ich bin enttäuscht, sondern es ist einfach nur diese Sache, die mich enttäuscht, weil da wirklich zwei Kicker sind, die es wirklich könnten und uns wirklich weiterhelfen können. Erinnert euch bitte an Fabian in seiner Topform, was für Tore der auch mal gegen Dortmund gemacht hat, wo er den Ball mit der Brust annimmt, abschließt. Ja, da waren echt einige Dinger dabei. Ja, das ist halt, was du sagst, hast du schön auf den Punkt gebracht, weil das Potenzial ist lustigerweise im eigenen Kader, es wird nicht ausgeschöpft. Trotz der Tatsache, dass wir so viele geile Kicker haben, die auch guten Fußball spielen. Das darf man ja nicht vergessen, wir haben ja richtig viele gute. Aber Leute, wo ist der Eigenantrieb, wo zu sagen, ich sehe hier die Büffelherde, ich sehe Leute wie Rebic, ich sehe Leute wie, ja, was weiß ich, Alea, Jovic, die in kürzester Zeit es geschafft haben, zu absoluten Fußball Top-Bundesligaspielern zu werden. Wo ist der Antrieb dieser Leute, genau das Gleiche in diesem korrekten, in diesem funktionierenden Umfeld auch erreichen zu wollen? Ja, also wenn du in diesem funktionierenden Gebilde, wo du nicht gegen den Abstieg spielst, wenn du da diesen Eigenantrieb nicht spürst, dass du eigentlich super dazurutschen kannst, dass du vielleicht mal auf dem Platz stehen kannst und zusammen mit Haller, zusammen mit einem Rebic Wunderdinge verbringen kannst, die irgendwie dich ins Gehirn eines Fans einbrennen und so weiter und so fort. Ja, dann tut es mir ein Leid und das fehlt halt. Das ist so der letzte Bissen, der halt fehlt. Und das ist halt, ja, bleibt bitter. Ja, das ist korrekt. Ich glaube, das ist dann auch so im Großen und Ganzen das, was da gerade so auf den Zu- und Abgangslisten steht. Ja. Ja, Müller ist weg. Stimmt, Müller ist weg, hattest du ja vorhin schon erwähnt, das hatte ich schon irgendwie wieder ganz verdrängt. Ja, das kam so ein bisschen überraschend. Ich meine, er hat jetzt nicht so die Superrolle in der Hinserie gehabt, aber das war zumindest für mich jetzt so spontan, würde ich es jetzt mal nennen. Ja, ich finde, ehrlich gesagt, das ist ein super Transfer für Hannover. Ich finde, der hat keine schlechte Runde. Der hat natürlich Pech gehabt, dass er bei uns irgendwie so der 13. Mann oder so war. Ich fand aber, die Spiele, die er gemacht hat, die waren zum Teil echt in Ordnung, hat auch ein paar Tore geschossen. Würde sagen, dass es für Hannover auch in der Situation gerade echt ein guter Transfer ist, weil man kann ihm nicht vorwerfen, dass er sich nicht irgendwie eingesetzt hätte. Das finde ich schon gut. Weißt du, wenn du halt irgendwie zwei Tore in sieben Spielen machst und auch sonst viel Bewegung reinbringst, auch in Europa League spielen. Ja, weiß ich nicht. Und die Position haben wir halt auch nicht ersetzt. Ja, ich glaube aber, das braucht man noch nicht, weil seine Position gab es ja eigentlich dann fast gar nicht mehr. Also dieses Ding, er leidet ja auch so ein bisschen unter der Büffelhärte. Also Müller, viele haben ihn ja so ein Rechtsaußen gesehen, ist er aber von seiner Dynamik und Schnelligkeit ist er nicht. Eigentlich ist Müller der perfekte, ja so diese, der hat eigentlich diese Van der Vaart-Position früher. Du hast halt, keine Ahnung, er könnte zum Beispiel mit Haller im Sturm spielen, so würde ich es jetzt mal sehen. Dass du Haller und Müller im Sturm hast, so der zweite Sturm ist, der einen anderen ein bisschen entlastet und vielleicht Räume schafft, wie er das übrigens, wie das in Freiburg beim allerersten Spiel super geklappt hat, als er das Sturm macht. Das war ja super gespielt von Haller auf ihn. Da hat es genau das gezeigt. Ich glaube einfach, dass durch diese Umstellung auf die Fünferkette, ja, dass gerade Rebic dann dadurch auch ins Zentrum gerückt ist und eigentlich ihn dann so noch mehr rausgedrängt hat und dann diese Büffelherde wirklich sich verselbstständigt hat. Das war bestimmt auch nicht so geplant. Dann hat er da einfach, weil er für Rechtsverteidigerposition als Dacosta ersatz, ist er zu lahm. Und ja, vorne haben wir uns ja immer überlegt, Schloss Miribic, Jovic, Haller, Jovic, Jovic, bla, bla, bla. Ja, da fängt keiner an und sagt, ja, lass mal Müller spielen. Also das ist einfach, sorry, jetzt sind gar nichts böse gemacht, weil die drei überragend sind. Und ich glaube, dass die Verantwortlichen gedacht haben, gut, jetzt kommt, falls wir mal einen von den drei da vorne setzen müssen, einen Doppelsturm, jetzt kommt Paciential zurück. Dass man sagt, okay, wenn Haller mal irgendwie was zwackt, dann spielt er für ihn. Und wenn du weg willst, vielleicht kam er auch mit dem Wunsch, das finde ich nicht so dramatisch, dass er weg ist. Ich finde es auch nicht dramatisch, dass er nicht ersetzt wurde. Es ist, wie gesagt, wir haben ja jetzt hier wirklich ausführlichst, weil wir kein vergangenes Spiel haben, über das wir uns aufregen können, glaube ich, klar gemacht, was für Positionen wir uns wünschen würden. Na gut, dann mal schauen, ob da noch was passiert. Genau. Schauen wir mal, ein paar Tage haben wir ja noch. Nicht mehr ganz so viele Tage haben wir bis zum ersten Spiel der Rückrunde. Wir spielen am Samstag 15.30 Uhr zu Hause gegen den SC Freiburg. Das ist, ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten bei dem Spiel, ganz ehrlich. In der Hinrunde war es ja, glaube ich, gegen Freiburg relativ solide so für den Einstieg. Ich weiß nicht, ich habe die Vorbereitung von denen nicht verfolgt, aber das ist halt auch so ein Gegner, der steht hier halt auf den Füßen. Die werden jetzt auch irgendwie nicht großartig am Spiel irgendwie teilnehmen wollen. Ich weiß nicht. Naja gut, also Freiburg ist eine Mannschaft wie immer, ja, was soll ich sagen, wie immer gefährlich. Brauche ich jetzt nicht drüber großartig zu sinnieren. Tabellenplatz 11. Was mich ein bisschen ärgert, ist, dass sie einen richtig guten Transfer sich reingehauen haben. Also mit Vincenzo Grifo, der anscheinend in Frankfurt überhaupt kein Thema war. Weiß ich nicht, ob man nicht vielleicht da auch mal irgendwie hätte zuschlagen können. Ich finde, das ist ein guter Spieler. Bin ein bisschen überrascht, dass da keine Mannschaft dabei ist, oder keine Mannschaft anscheinend ein richtiges Interesse hatte. Auch ein Nationalspieler, ein italienischer. Ja, weiß ich nicht. Also das ist eine richtig gute Verstärkung und der wird uns auch gleich beim nächsten Spiel Probleme machen. Da gehe ich ganz klar von aus. Schneller links außen, ein windiger, windiger Spieler und generell ist Freiburg halt eine Mannschaft, die fast aktuell sogar ein bisschen unter Form spielt. Also vielleicht hört sich das blöd an oder so, die stehen auf einem sicheren 11. Tabellenplatz, aber da geht sogar noch mehr. Die haben immer mal wieder so kleine Einbrüche. Aber normalerweise ist es echt eine schwierige Kiste und das war ja auch im Hinspiel nicht so eine klare Angelegenheit. Also da müssen wir auf jeden Fall aufpassen und nicht nur auf die offensichtlichen Kandidaten wie Pedersen, sondern jemand, der mir viel mehr Kopfzerbrechen bereitet, ohne dass wir jetzt, ohne dass uns jetzt hier die Knie schnautern sollten. Aber Luca Waldschmidt ist ein Spieler, der sich wie immer in, wie immer so Spieler, die sich halt in solchen Konstrukten wohlfühlen, in Freiburg extrem wohlfühlt und zu einem richtig guten Bundesligaspieler wird. Und das wird nicht so ankommen. Ja, stimmt, der ist natürlich ja, immerhin fünf Bundesligatorer in dieser Saison. Und ich kann sagen, der war jetzt nicht so schlecht und der könnte auch durchaus nochmal so ein bisschen motiviert sein. Ja, genau. Also das ist eine gute, gute Mannschaft, die auch einen schnellen Fußball offensiv spielen kann. und da müssen wir halt sehen, dass wir in der Defensive natürlich wieder extrem stabil sind, aber auch einfach, wir müssen unsere eigenen Stärken in der Offensive auch ganz klar aufzeigen. Wir können die natürlich schlagen, aber du musst gleich mit deiner gesamten Offensivpower da agieren und gar nicht erstmal, und gar nicht lang warten. Du musst gleich schlagartig reingehen und zeigen, wer hier die Power auf den Platz bringt. Ja, so ein ähnliches Bild hatte ich auch gerade im Kopf. Diese latente Gefahr, die von Freiburg ausgehen könnte, vielleicht einfach gar nicht an die Oberfläche lassen. Dann fragt gar keiner mehr nach, wie wir es geschafft haben, aber dass man wirklich in den ersten Viertelstunden so attackiert, dass man wirklich vielleicht mit Glück wieder ein zu einer Führung geht und es tut mir leid. Ich sage es vor jedem Spiel. Das ist aber leider oft so im Fußball. Das ist auch wieder so ein Büchsenöffnerspiel, wo du wirklich, wenn du ein Tor schießt, wirklich viel, 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 viel leichter es hättest. Und ja, da hatten wir in der Hinrunde auch an der einen oder anderen Stelle einfach auch echt Glück und ich hoffe, das bleibt das Glück, weil das teilweise auch einfach Glück ist, ganz ehrlich, wenn so ein Ball irgendwie an den Pfosten geht oder an den Innenpfosten, das ist halt einfach manchmal Glück. Die Sache ist, ich sehe es auch so, eigentlich sehe ich es so wie der René, aber ich will es gar nicht, dass das zum Vorschein kommt, weil ich eigentlich die Taktik von Marvin auch so sehen würde, zu sagen, ey, gar nicht erst diese Skepsis, die wir jetzt hier vielleicht, wenn wir es jetzt hier analysieren, fundierter, was alles passieren könnte, das einfach gar nicht darüber nachdenken, was Freiburg zu leisten imstande wäre, weil das hat Marvin recht, die Underperformen sogar so ein bisschen punktemäßig, finde ich, weil die eigentlich trotzdem, die haben immer wieder gute Heimspiele, haben die nicht ja auch zu Hause gegen Leipzig gewonnen? Haben sie. 2-0? Ja. Ja, und die waren auch im ersten Spiel gegen uns waren die nicht so schlecht, die haben immer wieder so, ja, so kleine Knicks drin, die wahrscheinlich auch einfach denen geschuldet sind, dass sie immer wieder trotzdem junge Mannschaften aufbauen. Der Trainer ist ein sehr Spezieller, der auch immer irgendwie für einen taktischen Kniff zu da ist, aber ich glaube, wenn wir jetzt hier einen Freiburg-Podcast wären, dann würden mir mehr Argumente einfallen, warum Freiburg nicht gewinnt, als dass ich jetzt mit meinem Zweckpacismus muss man einreden, dass die andere gegen Freiburg nicht gewinnt. Sie haben sogar gegen Leipzig 3-0 gewonnen, habe ich gerade nachgeguckt. Ja, ja, und dann bei dir ist er aber gegen Düsseldorf 2-0 so, weil es ist ja halt total weird. Und das zeigt diese Inkontrolle, aber trotzdem das Potenzial. Das heißt, du siehst auf der einen Seite gegen Leipzig, ja, es kann krass funktionieren, und zwar krass kann es funktionieren, wenn du die halt unterschätzt, ne, wenn du irgendwie denkst, naja, gut, jetzt Freiburg, ja, 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 die sollen jetzt nicht blöd ankommen oder so, ja, aber dann hast du halt, dann hast du so ein Barbar wie ein Waldschmidt dann da rumwuseln, der halt auch mehr fürs Spiel tut, und dann hast du auch einen Pedersen, der dann auch noch weiß, wo das Tor steht, und so ein Franz, so ein alter, ja, altes Wiesel, der kann dann auch nochmal ein Tor erzielen. Also insofern, die sind schon gut und die sind ja auch im defensiven Mittelfeld, die haben mit Jerome Gondorf auf der rechten Mittelfeldposition jemand, der wirklich auch Bundesliga-Qualität als einer der wenigen Ex-Linien auch bewiesen hat und so weiter. Das Punkt, das funktioniert. Das kann funktionieren. Aber wenn wir auch reingehen, wenn die Eintracht reingeht und sagt, weißt du was, ja, natürlich ist das eine super Mannschaft und das hat uns unser Trainer auch gesagt, aber Alter, wir legen jetzt mal die Eier auf den Tisch, denn was wir hier für eine Offensive haben, die kann sich auch sehen lassen und dann werden die Verteidiger wie Heinz oder Guld, die werden einfach umgewatzt, ja, weil wir halt mit Allaire jemanden haben, der jedes Kopfballduell gewinnt und dann wächst halt auch kein Gras. Aber genau mit dieser Einstellung musst du reingehen, du kommst aus einer richtig geilen, aus einem richtig geilen Jahr 2018 und musst zeigen, dass du 2019 genauso gut kannst. Spannend dabei könnte sein, dass sie wohl so ein bisschen Schwierigkeiten aktuell haben auf ihrer Linksverteidiger-Position. Die beiden nominellen Linksverteidiger, Günther und, wie heißt der andere, Okoroji oder irgendwie sowas, sind wohl beide so ein bisschen angeschlagen. Günther ist ja auch vorzeitig aus dem Trainingslager, glaube ich, sogar abgereist. Also es könnte sein, dass das so ein bisschen ein Einfallstor sein könnte, wenn du da mit einem schnellen Rechtsaußen den so ein bisschen da die Lücken abläufst. Ja, es ist spannend, ja, also das könnte natürlich schwierig sein. Also ich finde jetzt, Günther finde ich zum Beispiel echt ein geiler Spieler eigentlich auf 25 Jahre. Ja. Ist ein richtig guter Typ eigentlich, aber wenn der natürlich verletzt ist, ist das natürlich für die. Ja, also den können sie nicht gleichwertig ersetzen, muss man sozusagen. Nee, und zumal der Zweite halt auch raus ist. Ich hatte jetzt heute Morgen nochmal nachgelesen, dass wohl dann Franz jemand wäre, der auf der Position spielen würde. Ja, kannst du zur Not machen. Ja. Weiß ich nicht. Also das ist jetzt aber schon eine Verlierheitslösung. Ja. War aber die, wo man sich relativ einstimmig drauf geeinigt hat, dass das dann die nächste Wahl wäre. Bevor man aufpassen muss, bei denen ist auch Standardsituation, weil die haben das für sich als Mittel entdeckt. Ja. Das ist einfach eine Mannschaft, die weiß, okay, wir können nicht immer an unser Leistungsmaximum gehen beziehungsweise reicht dieses Leistungsmaximum auch ab und zu gar nicht aus. Deswegen probieren wir jetzt hier einfach mal ein Tor nach dem Eckball zu machen. Ich glaube, das haben die auch gegen uns letzte Saison, war das nicht? Robin Koch irgendwie Kopfballmäßig im Spiel, wo wir auch nicht verlieren hätten müssen. Das will ich nicht sehen, das werden die Trainer hoffentlich wissen. Vielleicht können wir es ja mal umdrehen. Zu sagen, das wird ein grottenschlechtes Spiel. Jeder denkt, oh geil, die Rückrunde geht wieder los, dann stehen wir in der Halbzeit da, dann steht 0-0 und denken, boah, was ist das für ein Scheiß hier? Das ist eiskalt, fängt es gleich an zu regnen. Ja und dann machen wir in der 60. Minute Pass mir auf Vincenzo Grifos Freistöße. Heute habe ich es aber. Pass mir darauf wirklich auf, weil der hat in Gladbach gute Dinge erzielt. Der war beim FSV Freiburg schon, äh, FSV Freiburg, FSV Frankfurt schon gefährlich. Leute, Leute, ich muss mal langsam mal einen Kaffee trinken. Aber das ist wirklich nicht uns zu unterschätzen, denn die wissen ganz genau, was der Basti sagt. Standards. Geht schon. Ja. Ich wäre jetzt nicht so weit und würde sagen, wir sollten ein Tor nach einem Standard mal und ich wäre schon froh, wenn wir nach einem Standard mal kein Tor kassieren würden oder zumindest nicht direkt den Ball irgendwie verlieren und in den Konter irgendwie reinlaufen. Ja, das ist ja eher so, mal den zweiten Ball gewinnen oder nicht direkt irgendwie in den Konter laufen, das wäre ja schon mal so Minimalziel, was jetzt irgendwie mal drin sein sollte. Das finde ich ganz entspannt. Sieg auch so, mein lieber Freund. Ja. Hervorragend. Sollen wir die alte Übung mal wieder auspacken und nochmal über Aufstellungen nachdenken oder ist das so Business as usual? Machen wir gleiche Aufstellungen wie in den letzten Hinrunden spielen? Eine gute Frage. Ich weiß. Fangen wir einfach an. Tor, Trab, ganz klar. Boah, krass. Hasebe, Hasebe, Abraham, Indika. Ist, glaube ich, auch noch relativ einfach. Abraham ist wieder da, oder? Also der ist wieder komplett einsatzfähig. Ich, ja. Also ich habe keine gegenteilige Meldung. Klar, er hat ja jetzt beim letzten Spiel schon gespielt. Ja, Ist er runtergeflogen? Auf dem Platz geflogen. Ja. Also die Ruhkane sollten sich lieber da abholen. Genau. Hat sich nochmal ein bisschen Auszeit gegönnt. Ja. Aggressionen raus, alles gut. Jetzt können wir ein normales Business machen. Ja. Ja, dann Kostic, Dacosta. Kostic auf links, Dacosta auf rechts. Ist, glaube ich, auch relativ einfach zu callen. Ja. So. Vielleicht halt vorne. Was, was machen wir mit der Mitte? Also zwischen Kostic und Dacosta? Das Einzige, was wir in der ganzen Saison, glaube ich, immer nur geändert haben. Also diese zwei, also ich glaube, dass Degusman und Fernandes spielen werden. Ich hoffe, dass Degusman und Rode spielen. Ich gehe relativ stark davon aus, dass Degusman und Rode spielen werden. Ja, glaubst du, Rode direkt rein? Ja. Doch. Also er scheint einen sehr guten Eindruck im Trainingslager gemacht zu haben. Ich würde den direkt Ja, wie viele Leute schon einen guten Eindruck im Trainingslager gemacht haben. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, Edi Matti, super Eindruck im Trainingslager. Wer? Ich habe nie gehört, was wir gehört haben. Wer? Nein, Edi Matti. Besuschkov hat doch auch immer die Vorbereitung seines Lebens gespielt. Ja, ja. Wie oft haben die von uns Freund angesprochenen Stendera und Fabian schon irgendwie gute Vorbereitungen gemacht? Super Spiele. Nein. Ja, was weiß ich. Also ich denke, ich gehe fast auch eher davon aus, dass ja, Rode eigentlich nicht spielt, aber ich würde es geil finden. Lass doch mal machen. Warum wir nicht? Ich gehe Freiburg, schau doch mal. Und wenn es nicht funktioniert, kannst du immer noch wechseln. Ja, gönnen wir uns das mal. Geil. Rode rein sofort. Der Rubik schreibt gerade im Chat, dass Rigota jedes Mal eine super Vorbereitung macht. Ja, ja, genau. Vorbereitung seines Lebens. So ein Fußballer wäre ich aber ehrlich gesagt auch. Ich bin dann voll motiviert nach dem Sommer und dann bin ich voll lustig und dann bin ich denke, boah, das ist anstrengend. Und dann stehst du wie beim Hasscup mit der Kippe im Mundwinkel auf dem Platz. Aber beim Hasscup-Rin, ja, zu vergessen, dass ich am Ende den Pokal in den Händen gehalten habe. Das ist richtig. Das ist richtig. Mit minimaler Leistung, maximaler Output. Oh ja. Ich merke, ich merke, es gibt gewisse Verstimmung hier. Ich melde dich dieses Jahr auch als Spieler an im gegnerischen Team übernimmt. Ja, da werden wir das klären. Da schauen wir mal. Da willst du auch ein Elfmeterschießen gegen mich machen. Ich bin der nächste auf der Liste. Ich weiß noch nicht, ob Bremen so auf meiner Reiseroute liegt, aber schauen wir mal. Nun gut. Nun gut. Die Ausstellung klingt so oder so ziemlich gut, muss man sagen. Finde ich, kann man durchaus mitleben. Mit welchen Ergebnissen könnt ihr denn leben? Jetzt kommen wir zur Tipprunde. Herr Basti. Ich tippe 1-1. Das ist wieder volle Zurückhaltung hier. Holpriger Start. Holpriger Start. Marvin. 2-0. 2-0. Marvins Lieblingsergebnis. Ja, aber ich will halt auch gleich. Ja, ist auch super. Einfach rein damit. Ja. Ja. Überhaupt, weil die nächsten Spiele werden schwierig genug. Jetzt ein Sieg gut reinkommen und dann können wir mit einem ordentlichen Optimismus in die nächsten Spiele gehen, weil wir schon gezeigt haben, dass wir es trotz dieser Winterpause gut geschafft haben, den Flow wieder aufzunehmen. Ja. Ich habe mich jetzt, ich war ja am Anfang so ein bisschen zurückhaltend und wusste nicht so richtig, aber ja, jetzt hier volle Euphorie, ihr habt es geschafft. Ich sage 3-0. Bam. Ich würde sogar fast Geld draufsetzen, allerdings ist mein Typico-Konto relativ leer. Grüße. Grüße an das Wettbrötchen. Gut, dann haben wir diesen Part hinter uns und wir haben keine Hörerfrage bekommen und damit kommen wir jetzt automatisch zu jenem hier. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. Und da ist sie wieder auch im neuen Jahr eine unserer liebsten Kategorien und wir haben von euch wieder Nominierungen geschickt bekommen. Da waren auch so ein paar dabei, die so, ja, kann man, muss man aber auch nicht und die kamen vorwiegend von Menschen, die schon in der Hinserie viel zu viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Deswegen haben wir die jetzt mal so ein bisschen außen vor gelassen und haben hier, wie ich finde, vier ganz hervorragende bekommen. Und wir fangen gleich mit einer Hörernominierung von chris76-sgi an und zwar nominiert der Jörg Krämer, der in der Zeit einen gar wunderbaren Artikel zum Vergleich der Atmosphären zwischen den deutschen Stadien und dem Murren in der englischen Premier League geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob ihr den gelesen habt. Gesehen, gelesen und vergessen. Ja, mhm. Ja, mhm. Basti? Ich hab's gar nicht mitgekriegt, was ging's da genau? Ja, da ging's irgendwie drum, dass, äh, ja jetzt so fußballfreie Zeit ist und dass man ja durch diese ganzen Streaming-Angebote ja wunderbar auch mal Ach, war das, wer Johnny gesagt hat, der mit den Ultras oder was? Genau, und hier wäre ja quasi dieses monotone Gesinge und das wäre ja alles in England nicht, da würde man ja, da würde ein Murren im Stadion sofort die Mannschaft aufwecken und da hab ich mir auch gedacht, so Junge, du warst auch seit Jahrzehnten nicht mehr im Stadion. Das liegt mit Sicherheit nicht daran, dass Hazard acht Milliarden Euro im Jahr verdient. Was, ganz ehrlich, was schreiben solche Leute denn? Da denken, hier die Premier, ich guck jetzt mal Premier League, da geht's ja gut ab hier, die spiele ganz schön schnell hier, wow, woran könnte das liegen? Ah, genau, an den Ultras, da gibt's nämlich keinen monotonen Dauersingen, da gibt's gar nichts, da kannst du die Spielerkommandos auf dem Platz hören mittlerweile, wenn du dir mal wirklich ein Spiel über 90 Minuten gibst, was jetzt nicht Manchester City gegen Liverpool ist, sondern ein normales Spiel, da hörst du da die Leute auf dem Platz reden, dass da keiner auf die Idee gekommen ist, zu denken, okay, vielleicht liegt es einfach daran, dass die bedeutend mehr Geld als die Bundesliga haben, dass da eben so Spieler wie Hazard und so spielen. Und ganz ehrlich, ich geb ihm ja recht, dass diese, das ist ja fast, wenn man's ganz ehrlich, wenn man's zumindest als Eintracht-Fan, jetzt sind wir zwar ganz gut momentan, aber es ist ja noch kein Vergleich, wenn ich mir Tottenham Manchester angucke, wenn ich mir jetzt über Weihnachten habe ich ganz viele Spiele gesehen, das ist teilweise eine andere Sportart, das ist wie, wie wenn du bei Pro Evolution auf doppelte Geschwindigkeit Spielgeschwindigkeit einstellst. So ist es, hin und her, es ist halt einfach so, aber wie da jemand auf die Idee kommen kann, das liegt an dem, im monotonen Dauer, sieben sagen, der Ultras, daran liegt das, die Qualität bei dir ganz ehrlich, Digga, lass es sein, was ist denn los mit dir? Fehlt noch, dass ich mich hier Wölfe ins Gespräch gebracht habe. Ich würde mir wünschen, dass der ein oder andere Artikel einfach nicht gedruckt wird. Das ist keine Ahnung, vielleicht sollten wir irgendwann demnächst mal drüber nachdenken, bevor wir irgendwie. Ja und dass es auch von diesem Dings wegkommt, dieses, oh geil, ich schreibe jetzt was Provokantes, weil ich weiß genau, die ganzen Fans, die werden dann voll drauf anspringen und dann kriege ich voll viel Aufmerksamkeit. Ja, ohne Mist. Das ist ja nicht die Lüchs, Alter, was ist denn los mit? Haltet doch einfach die Fresse und kümmert euch um eigene Sachen. Ja. Ist ja los, Alter. Also ich verstehe es auch nicht. Ich schreibe jetzt auch irgendwas gegen Ultras, haben heimlich Wölfe gezüchtet und so ein Scheiß, Alter. Der Mensch stellt sich raus, stimmt gar nicht, egal, wurde 80 Millionen mal angeklicken. Was ist los? Ja, es ist auf jeden Fall, es ist einfach extrem ärgerlich. Naja, es ist ja auch kein Skandalartikel, aber ja, Schwachsinn halt, ne? Also keine Ahnung, man muss ja auch die Ultras nicht für alles verantwortlich machen. Das sind auch nicht die einzigen, die Pyroartikel kaufen. Naja. Oh Gott, oh Gott. Vielleicht sind sie, ja, für die Kakerlaken am Frankfurt. Wenn wir schon, wenn wir schon nicht Ultras für alles verantwortlich machen müssen, dann vielleicht die Kneipen und damit kommen wir zu unserer nächsten Nominierung. Es ist wieder ein Artikel, diesmal nominiert von Ed Hackklötz hier auf Twitter und zwar Marcel Richter für seinen Kommentar zum Pro-Kneipen-Sterben. Ich fand den so ein bisschen fragwürdig, habe ihn aber mit aufgenommen, weil es, ja, glaube ich, ein nominierungswürdiges Thema ist. ist es im Merkurist-Platz, gell? Ja, genau. Mehr brauche ich dazu nicht. Ganz tolle Teilung. Definitiv nicht. Haben wir noch was vom Extra-Tipp vielleicht danach machen wir die Runde komplett. Nee, haben wir nicht, aber wir haben was von Instagram, weil Joe2go hat nominiert unseren allseits geschätzten, leider nur Zweitplatzierten beim Timo Werner des Jahres, Franck Ribéry, für seine wunderbare Insta-Reaktion. Ich glaube, da brauchen wir nichts mehr zu zu sagen. Die hat jeder schon irgendwie mitgekriegt. Ich weiß nicht, was hat er jetzt am Ende gekriegt? 15.000 Euro Geldstrafe und er wurde von, oder 80.000 und er wurde von einem gewissen Herrn, den wir heute nicht nennen wollen, scharf gerückt. Ähm, ja, ist, glaube ich, voll durchgegriffen worden in dem Fall. Also, ich muss ja mal sagen, was Ribéry da gesagt hat, fand ich gar nicht so schlimm. Klar ist das schlimm. Wo hast du diese Position übernimmt? Was macht denn dein Stammbaum dazu, Basti? Nein, ich will das jetzt mal einordnen. Die Sache ist, dass er wirklich so ausrastet, mein Gott, dass Ribéry so redet, das kann keinen überraschen, wenn er einmal gesehen hat, welche Kumpels von ihm auf der Tribüne sitzen, wenn er ein Tor schießt. zu denen er da rennt. Das hat mich nicht gewundert, das hat mich nicht schockiert, das hat mich weder empört noch sonst irgendwas. Auch das Goldsteak interessiert mich nicht. Der kann ja mit diesem komischen Salt Bay machen, was er will. Der kann ja essen, was er will. Der kann sich auch Salz draufschmeißen, so viel wie er will. Das ist mir doch was. Ich weiß, vielleicht würde ich auch ein Foto mit Salt Bay machen, wenn ich ihn irgendwo treffen würde, wer weiß. Du machst alles gut. Das heißt wahrscheinlich, das ist ganz sicher. Du machst mit jedem Fotos, den du triffst. Ja, also, siehst du, das ist einfach bei dieser Ribéry-Story, was völlig untergegangen ist, das ist auch völlig egal. A, was er gemacht hat, B, die Reaktion darauf und alles mögliche. Was wirklich einfach nur dem Ganzen wirklich die Krone aufgesetzt hat, ist, dass man bei ganz, bei all diesen Worten und Taten immer noch diese unfassbare legendäre Pressekonferenz im Kopf hat. Ja. Wo ich denke, wurde sich darüber beschwert, die Menschenwürde wurde irgendwie in Frage gestellt, weil irgendjemand Altherrenfußball gesagt hat zu Hummels und Dings und die haben einen Spieler in ihren Reihen, der irgendwelche Stammbäume ausrotten will. Ja, Leute, was war da mit dem Sancho? Da gibt es so eine einstweilige Verfügung, weil ich gesagt habe, wir wollten Sancho haben, es stimmt nicht, Tolisso wurde da behandelt, um dann sich um so einen Spieler zu kümmern. Naja, um dann zu sagen, das ist seine Privatsache, während der Privat nicht nur solche Dinge tut, sondern der, für mich ist er auch noch viel schlimmer, wenn wir über Rebellen reden müssen, dass der Journalisten in die Fresse haut. Also, weiß ich nicht, das wundert mich alle so ein bisschen. Weil ganz ehrlich, das kann ich auch jedem sagen, der sich bei mir beschwerdert, dass ich mich über Ribéry lustig gemacht habe, ich bin mit Sicherheit nicht neidisch auf Franck Ribéry. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich meine Körpergröße habe und mein Gesicht und meine Freundin und alles mögliche, dass ich nicht so aussiehe wie der. Vielen Dank, liebe Kritiker, weil das kann ich garantieren, ich bin nicht neidisch auf Franck Ribéry, auf keinen Fall. Ich finde auch, die ganze Diskussion ist ein bisschen sinnlos eskaliert. Man merkt irgendwie, es gibt im Winter anscheinend auch irgendwie so, also es gibt nicht nur ein Sommerloch, sondern auch ein Winterloch. Also irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, leider hatten wir keinen Monsterfisch in Offenbach oder so, der irgendwie Franck Ribéry hätte schlucken können. Ja, der Problemwels. Erst wenn wir ein bisschen lieber gewinnen. Alle weg. Ja, weißt du, also insofern haben wir nur die Wölfe und Franck Ribéry. Insofern, ja, also keine Ahnung, das Einzige, was ich leider ein bisschen unglücklich finde, ist halt seine Wortwahl in der Hinsicht, dass er sich so, also es ist unglug, hätte er wahrscheinlich bessere Berater. Ich glaube, er gibt aber das Geld nicht für Berater aus, sondern für andere Dinge. Ja, ist auch okay. Denken zum Beispiel. Ja, ich finde eher, ich finde Dinge halt dann noch viel problematischer, wenn es darum geht, irgendwie das Journalisten schlägt. Oder generell sich wie ein Rübel auffällt und ich finde gerade die Verbindung, die er gemacht hat, gerade zu solchen unsäglichen Pressekonferenzen, naja, man müsste auch mit zweierlei Maß. Ja, das definitiv. So, dann haben wir noch eine weitere Nominierung und die kam heute im Laufe des Tages mit einer wirklich kurzen E-Mail vom Superheld. Und zwar hat er uns auf einen wunderbaren Artikel auf RB Live aufmerksam gemacht, in der der Kapo von Raba Leipzig mit folgendem Satz zitiert wird und jetzt habe ich es dummerweise zugemacht, ich bin doch manchmal ein Held des Tages, da ist es doch. Und zwar steht da dieser wunderbare Satz drin, zitiert, ich mag Fußball grundsätzlich nicht, ob wir gewinnen oder verlieren, ist mir eigentlich wurscht. Da hat einer verstanden, würde ich sagen. Aber gut, also wenn er Fußball nicht mag, ist auf jeden Fall bei Raba Leipzig richtig. Ja, das vielleicht schon noch, aber so für den Rest würde ich sagen, nee, nicht so unbedingt. Ja. Kann man, ist auf jeden Fall eine fragwürdige Aussage in dem Zusammenhang. Also wenn ich nominieren würde hier für den, also Dumpfschwärzer, ist eigentlich, es ist eigentlich nicht eine Person, sondern es ist ein gesamtes Konstrukt und zwar, tut mir leid, Fortuna Düsseldorf. Warum nur, lieber Marvin? Also dieses, vielleicht ist auch Funkel mehr dran beteiligt, als man denken mag. Ich mag ihn ja wirklich sehr, aber dieses ganze Gebaren über ja, Funkel, ja, relativ weit und dann plötzlich ja, Funkel wird uns verlassen, ja, am Ende der Saison und ah ja gut, vielleicht jetzt doch nicht und jetzt hat er einen Vertrag für, glaube ich, erste Liga nur, bis 2022. Leute, ihr wisst schon, dass wir in der Bundesliga sind, oder? Ja. Kann ich gar nicht, also das fand ich sehr, sehr, das fand ich sehr, sehr dubios. das wirkte so, als wenn irgendwie ja, ein betrunkener Streit eskaliert wäre, wo man dann den Tagen danach die Scherben aufkehren muss, weil jeder es mitgekriegt hat. So, der eine schreit rum, dann gehe ich jetzt weg und also so, weißt du, gibt es ja auch, kann überall mal passieren, nur ist das da irgendwie, das war ja eine kleine Seifenoper über ein paar Wochen jetzt oder zwei Wochen. Sehr, sehr, sehr merkwürdig. Also sowas, ich kann mir sogar vorstellen, dass sowas intern öfter passiert. Also, dass es wirklich Differenzen gibt, was die Ausrichtung betrifft, dann knallt es hinter den verschlossenen Türen. Der Trainer sagt, nee, weißt du was, ich hau jetzt ab. Ich glaube, bei Fabio passiert sowas alle drei Wochen wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, der muss immer wieder eingefangen werden. Das bekommt nur keiner mit. Genau. Die schließen wahrscheinlich die Türen ab, damit er nicht raus kann. Ja, ich glaube nicht, dass das gewollt wird, dass das rauskommt. Bin gespannt, weil ganz ehrlich, wie dumm kann man als Fortuna Düsseldorf sein? Jeder hat gesagt, die steigen sofort ab. Dann haben die sich jetzt gegen Ende der Hinrunde, dann haben die sich echt wirklich Respekt verschafft mit Siegen gegen Dortmund, Unentschieden gegen Bayern. Wirklich, 14. sind die, glaube ich. Besser geht es doch eigentlich gar nicht. Und dann so ein Fass aufzumachen, also das musst du auch erstmal schaffen. Kennen wir aber aus Frankfurt auch. Also von daher, reißen wir nur, weil wir jetzt mal kurz erfolgreich reißen, nur nicht zu sehr. Ich glaube auch. Aber es ist halt trotzdem sauergerlich, weil du jetzt wieder so ein bisschen die Gefahr mit reinbringst, deine eigenen Früchte, die um deine eigenen, ja, oh Gott, heute ist echt schlecht. Also, wow. Auf jeden Fall, dass du Gefahr läufst, deinen eigenen Ertrag, den du dir erwirtschaftest, hast, wieder zu verlieren. Ja. Bin auch gespannt, wie sich das, weil das ist ja auch noch nicht zu Ende. Aber ich habe jetzt eigentlich gedacht, gut, das ist jetzt zu Ende. Ist es ja noch gar nicht, weil Funkel dann auch, ich muss trotzdem noch mal überlegen, das hinterlässt Spuren und so. Also diese merkwürdige Nummer ist noch nicht aufgeklärt. Ich frage mich natürlich auch, was der sehr skurrile Herr Pfannenstiel da für eine Rolle spielt. Dann muss ich ja nochmal, werde ich mal recherchieren. Hast du noch? Der Lutz Pfannenstiel. Mhm. Wie, was meinst du jetzt damit? Das habe ich jetzt auch nicht mitbekommen. Der ist jetzt neuer Manager dort, ne? Genau, ich weiß es nicht, genau. Ich weiß nicht, ich finde ihn, das ist ein sehr stranger Typ und der ist ja jetzt neu reingekommen und plötzlich gibt es den Stress, ich weiß es nicht. Vielleicht hat er auch was gemacht. Das finde ich mega spannend, das ist ein super Personal hier, weil der Typ, glaube ich, zumindest hat er immer in Frankfurt gewohnt in der letzten Zeit. Also ich glaube, der daxt immer noch so im Grünenburg-Weg oder so in der Nähe da rum. Da habe ich den öfter gesehen und ja, keine Ahnung, also, und das jetzt auch zuletzt ist der auch öfter, ja, keine Ahnung, aber ich sehe den irgendwie bestimmt einmal im Monat in Frankfurt, ne? Und dann habe ich mir schon gedacht, okay, was macht der? und irgendwie zwischenzeitlich hat er ja so einen Job in Hoffmann gehabt, dass da keiner hinziehen will, ist mir auch klar, ja, dass er aber jetzt immer noch nach Düsseldorf von Frankfurt aus penntet, geht natürlich gut, gibt es ja eine gute Verbindung, aber es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, dass er kommt und plötzlich tut sich da was. Das meine ich, das wäre so das Erste, was ich als, mit meinem Halbwissen von außen denken würde, okay, da kommt einer, der will professionellere Strukturen vielleicht da, ja, ob der da richtig ist, ja. ja, ja, es ist hervorragend, also es kann nur spannend bleiben, weil, ich weiß nicht, ist mir auch klar. Wie wir uns die ganze Zeit auf die Zunge beißen. Ja, genau. Gut, nächstes Thema bitte. Habt ihr noch weitere Nominierte, das wir jetzt haben? Hat keiner Samy Deluxe nominiert, oder was? Nein. Dann mach du doch, Basti. Samy Deluxe nominiere ich auf jeden Fall für sein tolles Interview, was er da gegeben hat und ich hab auch das ganze Interview gelesen, falls jetzt hier wieder Stimmen kommen. Ich hab nichts davon gelesen. Er interessiert sich dazu, dass man im Fußball irgendwie auch den Rassismus sehen kann, weil sich Mannschaften über andere stellen und so. Sehr, sehr skurrile Aussagen. Und dann erzählt er noch, Fußballfans hätten einen Freifahrtsschein in Deutschland, weil wenn auf einem Hip-Hop-Konzert was passieren würde, dann würden die Hip-Hop-Konzerte für immer verboten werden, aber beim Fußball dürfen die mit Steinen aufeinander losgehen, bla, bla, bla. Und da würde nie was passieren. Da frage ich mich, ob er teile diese öffentlichen Debatte, die schon seit Jahren jetzt stattfindet, gerade gegen Fußballfans, ob er die überhaupt mitgekriegt hat. Vielleicht sollte er wieder anfangen zu kiffen, weil irgendwas stimmt mit ihm auf jeden Fall nicht. Warum? Aber ich meine, ganz ehrlich, also er hat ja offensichtlich nicht ganz so viel mit Fußball zu tun, was vollkommen okay ist. Dass jemand nicht ganz so viel bewandert, er ist mit Fußballfans total super, ein potenzielles Herzproblem weniger. Aber warum äußert man sich denn dann, wenn man offensichtlich keine Ahnung hat? Also ich meine, es gibt ja viele Möglichkeiten, sich divers über Dinge zu unterhalten und auch andere Ansichten zu formulieren. Aber wenn man dann offensichtlich überhaupt keine Ahnung von der Materie hat, schon schwierig eigentlich, oder? Ja, ich finde es auch gut. Es ist wahrscheinlich, bringt ja wahrscheinlich jetzt ein neues Album raus. Das ist, glaube ich, da muss man auch aufpassen, dass wir dürfen auch gar nicht mehr zu sehr darauf anspringen, immer weil wir dann auch, glaube ich, den Plan mit vervollständigen, den diese Leute haben, gerade dieser Typ von der Zeit, der dann einfach sagt, wenn ich jetzt was gegen Ultras schreibe, dann kriege ich einen Artikel mit hoher Aufmerksamkeit. Das Gleiche wird er auch sich gedacht haben. Weil Fußballfans, wir merken das ja auch an uns selber, momentan auch wirklich sehr gereizt sind. Also wir sind ja wirklich sehr gereizt. Der Marvin und ich haben ja hier ausführlich über Rom geredet und wie das für uns war und so ein Kram. Das ist ja wirklich, ja, da wird man ja auch selber, das ärgert ja einen auch selber und diese ganze Debatte, die öffentlich stattfindet, ärgert einen ja auch immer wieder, dass man vielleicht sogar selber jetzt nicht immer in der perfekten Diskussionsstimmung ist. Das heißt, wenn ich so einen Artikel lese, setze ich mich, mein erster Reflex ist nicht, das werden manche, werdet ihr wissen, dass ich auch nicht der, wenn ich im ersten Moment reagiere, nicht immer so besonders reagiere. Das ist halt einfach auch dem geschuldet, dass wirklich einfach das nicht aufhört, dass du dir wirklich von Hopp so eine Scheiße anhören musst, die Ultras übernehmen, bald die Macht. Martin Kind arbeitet dagegen in der Öffentlichkeit, die Bild-Zeitung sowieso und dann hier Fangewalt und bla und keiner geht mehr ins Stadion und die, keine Ahnung, was weiß ich, Kinder werden im Stadion aufgeschlitzen, keine Ahnung. Das nervt halt auch irgendwann und zermürbt einen, was dann dazu führt, dass ich, wenn ich so einen Artikel lese, echt sauer werde kurz und ihn vielleicht dadurch jetzt auch nominiere. Vielleicht ist aber on the long run einfach besser, das zu ignorieren. Ja, du hast vollkommen recht. Ich habe das überhaupt gar nicht so wirklich mitbekommen. Ich habe so ein Spruchbild mal wieder gesehen, so ein teilbares Spruchbild, aber ich habe mir gedacht, okay, keine Ahnung, ich habe ihn noch nie in den Fußball-Kontext wahrgenommen und habe gedacht, okay, von mir aus, whatever so, es zeigt mir, du hast es jetzt mir erläutert, das zeigt mir, dass man auch wirklich das besser ignorieren sollte. Aber es ist halt einfach so, es ist irgendwie merkwürdig, dass irgendwie eine Diskussion immer sehr viel mit Fußballfans zu tun hat und auch ein bisschen wenig reflektiert. Das ist einfach ärgerlich, aber ja, keine Ahnung, kann ja mal nominiert werden, hat auf jeden Fall gute Gründe und dann ist er für die nächste Woche wieder vollkommen irrelevant. Meine Hoffnung ist wirklich, dass der Wolf die Fußballfans so ein bisschen entlastet gerade, muss ich sagen. Marvin, du hast ja auch jetzt letztens gesagt, es ist nicht nur der Wolf, wer war das noch? Der Luchs. Der Luchs ist auf jeden Fall hier auch nicht irgendeine Kohlmeise oder sowas, die sehr, sehr aggressiv vorgeht momentan, habe ich auch irgendwo letztens gelesen. Aber die Problemmeise. Ja, die Problemmeise, da sind viele Ersatzkandidaten, die die Fußballfans, was die öffentliche Empörung betrifft, vielleicht ein bisschen ablösen können. Hervorragend. Aber nicht vergessen, wir haben auch, es gibt noch andere Probleme. Wenn ihr jetzt denkt, naja gut, das war jetzt alles. Es gibt jetzt, in Fulda ist es so, dass, ich glaube, Gericht Fulda hat jetzt jemanden dazu, zu einer Geldbuße verurteilt, weil sie Tauben gefüttert hat. Ich finde die Tatsache, dass Tauben füttern Geld kostet, verständlich, muss ich sagen. Ja, muss ich sagen. Aber wenn man sich die sozialen Netzwerke anschaut, merkt man, dass es sehr viele Taubenliebhaber gibt, die dagegen auf die Barrikaden gehen und nicht Verständnis äußern, dass es da eine Strafe gab. Man kennt ja die wunderbaren Tauben, die die Innenstadt mit ihrem schönen Antlitz beglücken. Und da gibt es anscheinend sehr, sehr viele Taubenfreunde. Und wer dem nicht genug ist, der soll sich dahingehend mal in den sozialen Medien rumtreiben und mal was gegen Tauben schreiben. Das ist nämlich, ja, so ein bisschen wie Chico auf jeden Fall. Free Chico, Alter. Der Chico der Lüfte. Ich frag mich echt, ob die Leute, ganz ehrlich, die Leute haben nichts zu tun, Alter. Ich gründe jetzt hier eine Facebook-Gruppe. Ich war letztlich, kleiner Spoiler für 3,90, was wir morgen Abend aufnehmen werden. Ich war mal eine halbe Stunde in so einem Wolfsforum unterwegs. Ja, da glaubst du an gar nichts mehr, wenn du da draußen bist. Ich bin gespannt. Wir wollen dir nicht zu viel verraten. Hebt ja das für 3,90 auf. Es ist auf jeden Fall ein Hörbefehl. Aber erst, wenn ihr diese Folge zu Ende gehört habt, liebe Freunde da draußen. Das ist Grundvoraussetzung. Der Hinweis kam ja jetzt auch erst am Ende. Das heißt, bis hier muss derjenige gehört haben. Ja, wir haben ja noch ein bisschen. Haben wir damit die Dummschwätzer der Woche abgehakt? Ja. Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst noch hoffentlich, wie das funktioniert. Es gibt eine Abstimmung unter eintracht-podcast.de da auf die aktuelle Folge klicken. Ihr sagt, wer eurer Meinung nach den Dummschwätzer der Woche verdient hat. Und dann schauen wir uns das in der nächsten Woche mal an. Und vielleicht habt ihr bis dahin ja nochmal ein paar Vorschläge. Und dann kommen wir unweigerlich von den Dummschwätzern zu diesem hier. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Wir sind anständige Junge. Ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander Respekt veröffentlichen müssen. Die gute Tat der Woche steht dieses Mal unter dem Motto Alu statt Blattgold. Und das lässt vielleicht schon auch so ein bisschen erahnen, wohin es geht. Und zwar geht es um das Thema der Skyliners. Die haben Lebensmittel im Wert von 1200 Euro, waren es, glaube ich, ja, 200 Euro, gespendet und haben dazu einen wunderbaren, ich würde es jetzt mal Satire-Clip nennen, zu dieser Ribery Salt Bay Geschichte gemacht. Nur, dass es kein Steak war, sondern eine Pellkartoffel, wo nebendran eine Schüssel mit Grisos stand. Fand ich großartig, die Aktion, nicht nur das so zu verpacken, sondern da halt eben auch die Lebensmittel zu spenden. Fand ich eine sehr, sehr schöne Sache. Ist uns von vielen vorgeschlagen worden und können wir, glaube ich, hier so einstimmig als gute Tat der Woche verpacken. Wer den Clip noch nicht gesehen hat, ich verlinke mal den entsprechenden Tweet und dann könnt ihr euch den da nochmal angucken. Ich hätte jetzt eigentlich ja wartet, dass Marvin dazu was ergänzen will, weil das tut er eigentlich immer, aber... Nö, ach du, nee, ich finde es einfach super, das ist eine schöne Sache. Die Skyliners haben uns ja dann sogar auf Twitter geantwortet, die sind ja auch so auch Social-Media-mäßig, gutes Social-Media-Game, kann man mal sagen. Korrekte Sache fand ich ein schönes Ding und auch lustig, man kann sich es auf jeden Fall in den diversen Kanälen angucken. Schöne Angelegenheit und mal was Positives. Genau. Ja, und dann kommt ihr... Genau so kann man mit solchen Sachen übrigens auch umgehen. Ja, das ist korrekt. Positives und Goldsteak was meine Güte. Jetzt lassen wir uns nicht wieder damit anfangen. Wir haben noch vielleicht ein paar Empfehlungen, die wir abgeben müssen und zwar habe ich hier zwei Dinge, dann gucken wir mal, ob ihr vielleicht noch was habt. Es gibt auf Dutzen oder The Zone, wie manche Leute es auch nennen, ein kleines Special zu Adi Hütter, so knapp zehn Minuten. Ja, ich weiß schon, worauf du hinaus willst, aber nein. Fand ich sehr schön. Kann man sich, wenn man einen The Zone Account hat und es noch nicht mitgekriegt hat, auf jeden Fall mal anschauen kommen und ein paar Spieler zu Wort. Ist auch eine lustige Nummer. Finde ich, haben sie recht gut gemacht. Und wenn ihr mal ausnahmsweise mal nicht was zum Hören, aber was zum Sehen haben wollt, ab morgen startet die virtuelle Bundesliga und wie ich feststellen durfte, ist die Eintracht auch mit einem eigenen E-Sport-Team da am Start gespielt wird und das wird den Basti jetzt leider ärgern FIFA 19, es tut mir leid. Und wir spielen oder die Eintracht spielt im ersten Spiel morgen Abend, ich glaube 19 Uhr gegen das E-Sport-Team von Darmstadt. Es wird wohl auch irgendwie einen Livestream geben, die Eintracht hat es irgendwie angekündigt. Ich verlinke euch mal die kompletten Spielpläne der Club Championship und auch des Eintracht E-Sport-Teams. Besonders interessant ist da vielleicht ein Name, der da im Kader auftaucht und zwar ein gewisser Jan-Zimbo-Zimmermann, der nicht nur gelegentlich für die Eintracht zwischen den Pfosten steht, sondern auch gelegentlich wohl für die Eintracht am Kontola daddelt. Fand ich lustig. Vielleicht ist das der wahre Hintergrund für die Verpflichtung von vorhin ein paar Jahren. Das könnte in der Tat sein. Genau, aber ansonsten sind da jetzt auch noch ein paar Leute dazugekommen, die Eintracht hat da auch... Das klingt nicht sehr professionell, wenn ich das jemandem anmerken darf, das ist ein Ersatztor. Ich spiele hier auch mit. Da ist einer von vieren. Also da sind jetzt in der Tat auch noch gestandene... Da muss mehr kommen, lieber Eintracht. Gestandene aktuelle FIFA-Spieler, die auch in den wöchentlichen Wettbewerben irgendwie in der Top 100 sind. Da gibt es ein kurzes Ankündigungsvideo auf Eintracht.de. Top 100? Was ist denn das, Alter? Da muss mehr kommen im E-Sports-Bereich. Ja? Kann man das irgendwo... Wollen wir uns nicht irgendwo treffen? Das ist doch Derby gegen Darmstadt. Lilienschweine, können wir nicht irgendwo was zünden oder sowas? Willst du deine Playstation anzünden oder was? Pyrotechnik. Muss man doch schauen, dass man bei Twitch irgendwie so Pyro in das Bild rein mitschicken kann? Ja, das ist der einzige Punkt, der mich an diesem Thema halt wirklich irgendwie krass nervt. Ich hätte auch erwartet, dass das irgendwie alles auf Twitch läuft und so weiter, aber nein. Gute alte deutsche Denkweise für die virtuelle Bundesliga gibt es natürlich eine Kooperation mit ProSieben, dass der Kram natürlich da gezeigt wird. Alle anderen würden das irgendwie auf Twitch und YouTube streamen, aber nein, das kommt in Kooperation mit ProSieben, D-Max irgendwie einmal die Woche ein Spitzenspiel zur besten Sendezeit im Fernsehen, wo ich mir auch denke, Leute, ihr habt es echt nicht mehr verstanden. Wir haben es nicht verstanden. Also sorry, was ist das denn? Da sitzt doch keiner da, diese Leute, die das schauen. Nee. Die haben in ihrem ganzen Leben wahrscheinlich noch überhaupt noch gar niemals lineares Fernsehen geschaut. Nee. Was gar nicht mehr nötig ist. Ich schaue es ja selber schon nicht mehr an. Ich bin alt. Die meisten Leute sehen halt auch gar nicht mehr wie so ein Fernseher überhaupt irgendwie, also was man damit normalerweise früher mal gemacht hat. Ja? Also, ist schon sehr merkwürdig. Aber guckt euch das mal an. Ich verlinke euch mal die Club Championship und das E-Sport Team und morgen Abend geht's los. Könnt ihr mal auf dem Twitter-Account der Eintracht gucken. Die hatten einen Livestream angekündigt. Vielleicht von Interesse für euch da draußen. Habt ihr noch weitere Empfehlungen, die wir hier aufnehmen können? Ach, ich hab mir letztens eine Blu-Ray mal wieder gekauft. Oi, hoi. Weißt du, weil es so schlecht sind, du hättest. Hat Sky wieder nicht funktioniert? Nee, es gibt manche Sachen, also manche Sachen kaufe ich mir doppelt. Einmal digital, einmal, dass ich es so haptisch zu Hause habe. Nee, ich hab mir von George Best einmal eine Doku gekauft. Die hat einfach nur Best. Gibt's bei Amazon, kann man sich aus UK bestellen. Und was aber, was auch echt interessant war, vielleicht für Leute, bisschen aktueller auch, Take the Ball, Pass the Ball, ist eine Dokumentation über die Zeit von Guardiola bei Barcelona. Und das ist echt eine sehr, 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 sehr gute Dokumentation für Leute, die sich dafür interessieren, wie das alles gemacht wurde. Gibt eine geile Szene, wo Chavi zu Hause sitzt und mit irgendwie hier Nachos und irgendwelchen anderen Utensilen dann Aufstellungen nachbaut und erklärt. Und Ori, Ori wird auch sehr, sehr lange interviewt und erklärt, so wie es einfach ist, wenn du dann da hinkommst und denkst, ey, du kannst gar nicht kicken, weil die im Training nur schnick, 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 schnick machen und Transformation, wie lange das gedauert hat, warum er so ein bisschen auch abgefallen ist beziehungsweise dachten die Leute das, weil er nicht so aufgetrumpft ist wie bei Arsenal, aber er hat da einfach eine andere Aufgabe. Das heißt, du siehst, wie er Wege frei macht und so. Also es ist sehr, sehr detailliert. Also Take the Ball, Pass the Ball ist echt, fand ich sehr, sehr interessant. Muss aber dazu sagen, ich mag Guardiola sehr. Das heißt, wenn es Leute gibt, die nicht mögen, vielleicht nichts dafür. Ich bin trotzdem großer Fan zumindest dieser Jahre unter Guardiola, weil das für mich, gerade dieses Champions League Finale gegen Manchester United, was da war, das war für mich wahrscheinlich die beste Leistung einer Mannschaft, die ich live irgendwann im Fernsehen gesehen habe. Grüße, mach Barcelona. Okay, hauen wir auch mal die Links mit rein, wer da Interesse an sowas hat, der sollte da ja dann fündig werden. Du sagst, die gibt es auf Scheibe und wahrscheinlich auch irgendwo digital. Schick dir die Links gleich rein. Hervorragend. Dann findet ihr die wie immer unter eintracht-podcast.de. Ihr wisst ja, wie das geht. Marvin, hast du noch was, was du empfehlen möchtest? Ja, für meine Wrestling-Freunde, die jetzt natürlich immer noch zuhören, kann ich echt nur empfehlen, dass, ja, wer jetzt großen Bock hat, kann sich natürlich mal NXT UK, also die ersten Pay-Per-View und Blackpool angucken. War richtig gut mit ein paar tollen Ergebnissen. Ansonsten, wir haben mal so einen kleinen Jahresüberblick über 2018, wenn man mal wieder reinkommen will und sich genießen will, der kann mal den Ringfuchs hören, also Ringfuchs Jahresrückblick 2018, was so passiert ist. Wir haben auch so eine kleine Abstimmung gemacht, was wir gut fanden, was wir nicht so gut fanden, was uns aufgeregt hat und so weiter und so fort. Kriegt man einen ganz guten Einblick, glaube ich, darüber, was uns so bewegt und was jetzt in den nächsten Zeiten noch relevant wird. Okay. Sehr schön. Dann hauen wir auch dazu, wenn vorhanden, Links mit rein und dann könnt ihr denen dort folgen auf der Webseite oder in der Podcast-App eurer Wahl. Und dann müssen wir am Ende nochmal artig Danke sagen für all die Unterstützung, die wir von euch im letzten Jahr bekommen haben. Da sind wir, glaube ich, in unserer Jahresendabrechnungsfolge nur so rudimentär drauf eingegangen. Vielen, vielen Dank nochmal für all den Support, sei es mit Spenden, mit Kommentaren, mit Feedback, mit Dummschwätzer-Nominierungen, mit den Hinweisen auf die gute Tat mit langen E-Mails, die ihr uns schreibt. Geiles Ding nochmal. Also ohne Scheiß, du hast das gemacht. Im Namen vergessen, aber auf jeden Fall geil. Es ist eine super Sache. Also allein, wenn ich diesen Trailer immer höre, dann denke ich, richtig geil. Ja, also da vielen, vielen Dank nochmal für all euren Support und so wie es aussieht oder wie sich das jetzt schon zeigt, geht es in diesem Jahr nahtlos weiter, was uns nur noch noch mehr freut und uns von Woche zu Woche noch mehr motiviert, hier diese kleine Runde zu machen. Von daher nochmal vielen, vielen Dank und auch danke für die Dinge, die wir an Weihnachten von Einzelnen geschickt bekommen haben. Vielen Dank. Auf jeden Fall. War richtig cool. Ich habe so einen Kalender jetzt hier am Start. Das war sehr, sehr nett. Sehr, sehr nett. Und uns geht es auf jeden Fall besser als Theresa May. Das ist nicht schwer. Nee, in der Tat nicht. So, dann würde ich sagen, haben wir die erste Folge für das Jahr 2019 erfolgreich hinter uns gebracht. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche, ein schönes Rückrunden-Heimspiel-Auftakt dingen sie am Samstag im Stadion. Feuert die Mannschaft ein und ansonsten habe ich wieder Bock. Endlich wieder Fußball. Endlich wieder Fußball. Jawohl. Ganz ehrlich, es hat aber jetzt auch eine Weile gedauert. Das war jetzt auch gut, dass wir uns Pause gemacht haben. Die Pause war auch gut. Langsam läuft der Akku wieder heiß. Ich bin wieder motiviert und will ins Stadion. Hoffe, dass das Wetter einigermaßen gut ist und dann wird Freiburg eine bittere Niederlage erleiden. Hoffentlich. So soll es sein. Dann machen wir den Sack zu. Wir melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. 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 Gott! 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 Alter, wir sind jetzt schon ganz schön spät. Da hat das Dschungelcamp eigentlich schon angefangen. Echt? Guckt ihr den Kram? So ein Kram glaube ich nicht. Fußball 2000 geht morgen wieder los. Das ist viel wichtiger. Das ist richtig, das ist richtig. Weißt du, was das sportliche Dschungelcamp ist? Scheiß Handball-WM, das geht mir jetzt so auf die Eier, Alter. Das ist ja ein Manfred nach dem anderen in den Publikum. Das geht überhaupt nicht an mich. Naja. Das ist natürlich auch absolut. Nee, ich auch nicht. Aber ich muss auch ehrlich zugeben. Was? Ja, das weiß ich nicht. Juckt mich halt auf jeden Fall gar nicht. Aber es ist halt wieder so eine typische Klatschbappensportart. Kann jeder machen, wie er will. Ja, du, mein Gott. Dennis ist heute nicht da, er ist ja ein großer Handball-Fan. Der will uns hier deutlich widersprechen. Handball ist auch so ein Sport, den er fast mal professionell gemacht hat. Aber jetzt ist er nicht da. Jetzt können wir natürlich lästern. Ja, ich kenne auch viele Menschen, die Handball spielen oder die früher Handball gespielt haben. Für mich war das auch nie. Also das kann halt auch jeder Hand haben, wie er will. Aber mir ist es... Das kann jeder Hand haben. Hand haben wie du? Na ja, Männer. Na ja, Männer. Gut. Es ist spät geworden. Ja, ich glaube auch. So, wir machen jetzt hier die Sendegeräte aus und dann ist Feierabend. Nicht wahr? Ciao. Ciao. Alter. Alter. Das war das. Das war das. Da war das. Wow. Ich bin, es war das. Das war das. Vielen Dank.